Gestern, heute, nur noch. Der Talk über Star Trek. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallihallo und Ausein dabei natürlich wie immer der Frank. Schönen guten Tag. Na moin, ich gebe zurück unseren Podcast-Captain Nils. Vielen lieben Dank. Mir ist gerade was aufgefallen, was ich total lustig finde. Wir haben ja im Regelfall so ein bisschen vorgeplänkelt und dann spreche ich mit einer Stimme und dann kommt halt mein lustiges Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde und plötzlich höre ich mich selber anders sprechen. Als würde ich in einen anderen Duktus fallen. Das ist ganz lustig. Und dann denke ich, das ist der Typ, den ich gelegentlich in meinen Kopfhörern höre, wenn ich unseren Podcast nochmal höre. Also ich erkenne mich dann, ich weiß, dass ich das bin, aber ich erkenne mich nicht wirklich wieder. Das ist immer ganz spannend. Naja, wie dem auch sei. Jetzt sind wir wenigstens am Reden. Lustigerweise, ich habe gar nicht so richtig was zu erzählen, außer Hashtag GHU gegen rechts und Hashtag Podcast gegen rechts. Ja, immer. Da brauchen wir nichts gegen sagen und Faschismus ist alternativlos. Also weg damit. Mehr habe ich nicht zu sagen. Faschismus ist alternativlos, klingt genau verkehrt rum. Ja, da hast du recht. Jetzt wo du sagst, also nein, weg damit. Punkt. Ja. Faschismus gehört weg. Arne, möchtest du noch etwas dem hinzufügen oder etwas anderes erzählen? Nee, ich habe mich über die Kommentare und Reaktionen auf mein sehr drastisches Statement aus der letzten Episode habe ich mich gefreut. Ja, da will ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich habe das Ganze ja angestoßen und bin sehr vorsichtig gewesen. Und warum ich so vorsichtig war und weswegen ich mich so gefreut habe, dass Arne das so drastisch gesagt hat, die Plattform, worauf dieser Podcast läuft, ist ja Compendion.net und dafür zeichnet ja Arne verantwortlich. Das ist sein Server, das ist sein Kram. Und deswegen musste ich ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du das, was ich sagen wollte, so krass ausgedrückt hast und so richtig ausgedrückt hast. Weil du dir nicht so richtig sicher warst, ob ich vielleicht ein Nazi bin oder was? Nein, natürlich nicht. Das war mir schon ziemlich klar. Ja, aber es ist ja, das haben wir auch, also die lieben HörerInnen haben das ja noch nicht gehört. Ich erinnere mich mal, dass ich einmal McCoy zitiert habe mit einem vielleicht nicht ganz so freundlichen Ausspruch von McCoy gegenüber Spock. Und den hast du rausgeschnitten, obwohl ich nur zitiert habe. Deswegen bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig, weil am Ende bist du dafür verantwortlich. Aber wie gesagt, hier sind wir uns ja glücklicherweise sehr einig gewesen. Und das war genau richtig zur richtigen Zeit von dir ausgedrückt. Das freut mich. Frank, hast du noch was oder wollen wir loslegen? Wir können loslegen. Das ist gut, dann legen wir los mit Strange New Worlds. Daffel 1, Folge 9. Uraufführerin der Vereinigten Staaten war der 30.06.2022. All those who wonder. Und in Deutschland am 05.01.2023. Nicht jeder Verirrte verliert sich. Liebe HörerInnen, ihr wisst, wie das Spielchen läuft. Schaltet gerne wieder ein, wenn wir, nein, wenn ihr diese Folge, weil wir haben sie schon gesehen. Also wenn ihr die Folge gesehen habt, dann schaltet gerne wieder ein, denn wir zerrupfen diese Folge. Aber das klingt jetzt sehr negativ. Also das würde ich so nicht sagen. Wir sprechen halt über Kleinigkeiten. Wir besprechen alles. Alles, alles, alles. Es gibt quasi, es gibt nur nicht, nicht nur, nicht nur Spoiler, sondern danach ist einfach nichts mehr übrig, was man dann nicht mehr weiß. Also naja, zumindest nicht mehr, hoffentlich nicht mehr so viel, sagen wir es nur so. Und obwohl ihr das jetzt ja gerade gesehen habt, wird Arne euch das jetzt einmal in einem Buchrückentext zusammenfassen. Genau, nicht blinzeln, sonst ist es vorbei. So, los geht's. Die Crew der Enterprise unterstützt die abgestürzte USS Peregrine auf dem Planeten Valeo Beta 5, während die Enterprise selbst einen wichtigen Akku zu einer Raumstation bringt. Captain Pike führt das Außenteam, das feststellt, die Besatzung der Peregrine wurde von Gorn getötet. Sie finden aber zwei Überlebende, ein menschliches Mädchen namens Oriana und einen humanoiden namens Buckley. Letztere überlebt allerdings nicht lange, denn aus ihm schlüpfen weitere Gorn und beginnen die Crew anzugreifen. Kathettin Shia stirbt sofort beim Schlüpfen, der gerade beförderte Lieutenant Junior Grey Duke später. La'an hat Erfahrung und Wissen über die Gorn, die bei der Bekämpfung helfen. Letztlich opfert sich Chef-Ingenieur Hammer, um die anderen zu retten, nachdem er von Gorn Sigrid infiziert wurde. Uhura entscheidet sich, in der Sternflotte zu bleiben, La'an hingegen eine Auszeit zu nehmen, um sich eine Weile um Oriana zu kümmern. Ja, vielen lieben Dank, das war schön. Wir starten doch mal wieder, ne? Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich die Enterprise sehe und die schönen Farben. Aber das ist irrelevant, das kennt ihr alle schon. Und wir haben hier ein Previously On. Wo ist mein Previously On? Verantwortlicher Arne? Ja, immer gut. Auf jeden Fall gucken. Klare Sache. Also sehe ich so, ne? Man darf das anders sehen als ich. Ihr dürft alles anders sehen als ich, außer Faschismus. Da gibt es keine zwei Mann. Richtig, genau. Ich finde das immer schön gerade. Also dieses Mal hat mir das besonders gefallen, weil ich durfte Hammer sehen. Und ich mag Hammer. Ja, ich mag Hammer. Jo, und dann gehen wir doch mal in die richtige Folge. Wir sind schon in der Folge, haben wir in die richtige Handlung rein. Und diese Kamerafahrt am Anfang, ach, ich weiß nicht warum, ich finde die toll. Diese Kamerafahrt durch das Gemüse und das Obst. Und ich weiß nicht, wie man das gemacht hat. Ich fand es toll. Einfach mal ein Spannendes und was anderes. Nicht einfach hier Raumschiff fliegen, sondern Essen. Ich mag Essen. Aber es ist einfach toll gemacht. Genau. Und Wura begrüßt uns und sie erzählt so ein bisschen, ja, meine Zeit ist ja bald zu Ende und ich gehe auf die Erde zurück. Und ja, es stellt sich halt heraus, dass es, auf gut Deutsch gesagt, ihre Verabschiedungsparty in zwei Wochen soll es zurückgehen. Und sie ist nicht alleine. Da ist dann noch mindestens Kadett, heißt sie Kadi? Ich habe den Namen jetzt später erst aufgeschrieben. Ja, die werden verabschiedet von Brückencrew und anderen Mitgliedern der Crew. Und Wura erzählt uns, dass doch die Crew, die dort ist, also sehr genau weiß, was sie dort machen, also auch in Starfleet. Und es kam hier mal wieder für mich raus, dass sie sich noch immer nicht so richtig sicher ist, was sie da eigentlich macht und ob sie da richtig ist. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das war, als sie rotiert ist und auch gerade als sie bei Hämmer dann im Maschinenraum war, der sie ja schon so ein bisschen gepusht hatte. Aber ich fand so das ganze Setting sehr nett gemacht. Auch von der Kamera war. Genau. Ich finde es spannend, dass das Ganze ganz offensichtlich hier mal wieder Quartier des Käpt'ns stattfindet. Finde ich auch. Also der macht offensichtlich einfach gerne so Dinner-Partys, weil der einfach super gerne kocht. Das ist so das, was ich daraus mitnehme. Ich hatte erst überlegt, so naja, also so ein Jean-Luc Picard wird das nicht machen, weil der auf seiner Privatsphäre steht. Der lässt mal jemanden rein, aber auch nur in den Teilbereich, wo sein Arbeitsschreibtisch steht. Bloß nicht weiter, das nicht. Pike ist so ein wirklich so ein offener, ich bin für euch da, Käpt'n, kommt bei mir rein, ich mache auch lecker Essen. Ja. Also das ist so seine Art. Also ich finde das sehr, sehr cool. Er hat das geschafft, nicht dieses extrem hierarchische Führen zu haben, sondern er macht das doch, ich will nicht sagen, laissez-faire. Ja, also der weiß ziemlich, seine Crew weiß auch ziemlich genau, wann er etwas will, aber er ist doch den Leuten sehr, sehr nah. Und das finde ich, finde ich cool. Genau. Es gibt dann auch nochmal eine lustige Beförderung. Ja. Ein lustiger Teil übrigens ist mir auch in dieser Folge, wo wir so viele Personen mit Uniformen auf einen Haufen sehen, also in dieser Szene meine ich, aufgefallen. Manche von diesen Uniformen haben einen schicken, schlankmachenden, schwarz Streifen unter den Armen und andere nicht. Und ich habe kein Muster erkennen können, wer, wann, welche Version trägt und warum. Was mir aufgefallen ist, ist es eigentlich immer, also nicht immer, meistens nur eine Person und das ist Una Chin Riley. Genau. Es gibt auch noch andere. Ja. Und häufig ist es zumindest bei Una, ist mir aufgefallen, ist das, wenn sie diesen, oh, ich habe mal gewusst, wie das heißt, also so ein kleidartiger Uniform anhat. Ah, ich sehe mal nur den oberen Teil hier. Das kann sein, dass sie alle lang sind. Die sind, also es geht, so genau gucke ich jetzt auch nicht hin, ich meine leicht übers Gesäß und danach, darunter trägt sie auch eine Hose. Die anderen OffizierInnen haben halt Oberteil und Hose, die halt auch in der Hüfte schon zu sehen ist. Stimmt. Ja, interessant. Das ist der Teil. Also, liebe Zuhörende, wenn ihr dazu Meinungen oder Erkenntnisse für uns habt, bitte gerne hier einwerfen. Ja. Hier übrigens auch ein netter Zopf, das ist eigentlich deine Aufgabe, Arne. Und wie. Ja, genau. Wie gesagt, Anson Duke ist jetzt Lieutenant Duke, es wird befördert. Ich finde das schön, wie das hier gemacht wird. Da ist so eine große Holzbox und dann ist da drin ein anderes, wie heißt das hier, Kommunikator-Teil ist das ja nicht, so ein Starfleet-Delta-Badge-Anstecker-Badge-Dings. Brosche ist das, glaube ich. Ah, das ist sehr gut. Und er bekommt, weil das natürlich in dieser, in diesen Zeiten noch ist, also die Ranginsignien sind ja an den Ärmeln. Also da kriegt er auch noch was, was sich daran kleben kann. Finde ich einfach schön. Später wird es jetzt einfach nur sein, dass man so einen Pip hingeworfen bekommt und macht ihr den mal ans Rewehr. Wir haben einen Pip. Ja, genau. Ihr habt einen Pip. Wer das nicht versteht, einfach mal ganz kurz bei den KollegInnen 4 Unterdeck Podcast vorbeischauen. Die sind befördert worden. Genau. Uhura ist noch nicht befördert worden, aber Uhura ist noch immer ein bisschen unsicher, ob sie jetzt dazugehört. Ich sage das ja schon, also gehöre ich jetzt dazu? Wo soll ich eigentlich hin? Sie sondert sich so ein bisschen ab. Und das fällt auch Erika auf. Und Erika sagt, Mensch, nun komm doch, lass uns doch mal jetzt hier. Nun komm doch mal und tu doch mal. Und da kam etwas, was ich nicht verstanden hatte. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass so diese, also gerade die beiden auch, die sich auch schon ein bisschen veräppelt haben. Nein, falsch. Erika hat Uhura veräppelt. Hatte ich gedacht, dass da wirklich schon eine Freundschaft sich aufgebaut hat. Und hier ist es ja, hier darf ich offen sprechen, Sir. Aber das ist, ich glaube tatsächlich, sie versucht sich hier ganz bewusst zu distanzieren von dieser Party und von diesem Abschied auch, weil sie nicht so richtig weiß, was sie will. Das sagt sie ja auch mehrfach in diesem, in diesem Over, Over hier, in diesem Text, der drüber gelabert wird. Voice over. Voice over. Dankeschön. Das war das Wort, was mir fehlte. Und das sagt sie jetzt hier ja auch zu Erika, dass sie einfach nicht weiß, was sie eigentlich will. Das sagt Hämmer ihr ja nachher auch nochmal ganz klar. Sie haben mehr, also ich springe weit vor, aber das ist ja ihr Problem. Sie hatten mehr Angst davor, sich darauf einzulassen, warum auch immer, also Nähe zuzulassen, als alleine zu sein. Und das wird hier nochmal ganz klar, weil sie Erika, die eigentlich eine Freundin ist, so hatte ich es gedacht, wegschiebt. Ja. Ja. Erika weiß auch nicht, was sie dazu sagen soll und ja, wird gerettet, muss ich schon sagen. Hier werden gleich mehrere Leute gerettet. Denn der Käpt'n kommt und er möchte auch nochmal kurz mit Nyota sprechen. Und das fand ich sehr, sehr cool, als er sagt, Mensch, sie haben hier was bewegt, sie haben was getan, Uhura. Und das Angebot steht, bleiben sie hier. Das heißt, das Angebot von Käpt'n Pike ist schon da, er möchte Nyota Uhura auf der Enterprise behalten. Ja, finde ich schön. Das würde ja auch Konsistenz geben zu der Zukunft, die wir schon kennen, also die Kirk-Zukunft auf der Enterprise. ist, aber erst mal scheint sie so, ich weiß nicht, also sie möchte halt weg. Aber sie reagiert auf Pikes Nachfrage auch gar nicht so richtig und wird auch hier gerettet. Denn der liebe Spock möchte mit Käpt'n Pike sprechen, denn die Föderation beziehungsweise Sternflotte hat eine Mission der Priorität eins für die Enterprise, was lustig ist, denn die sind eigentlich schon auf eben so einer ganz urwitzigen, wichtigen Mission. Aber wie dem auch sei, jetzt muss erst mal die Party abgesagt werden und jetzt muss Teammeeting gemacht werden. Ja. Dieses Teammeeting gefällt mir sehr, denn genau wie die Party von Pike für die Enzins ist dieses Teammeeting noch immer bei ihm im Quartier. Ja. Und während sie das machen, wird hier Multitasking besprochen, nämlich aus dem Grund, weil Pike abwäscht, während gleich hier einfach Informationen ausgetauscht werden. Das ist geil. Das ist richtig so gemacht. Ja. Lustig ist, dass es ja wirklich darüber diskutiert wird, dass ob Multitasking jetzt gefährlich ist oder nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so richtig gut wird es nicht, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss. Sich überlegen, was für ein Patient kommt gleich mit Blaulicht fahren und noch funken. Irgendwas wird da runterfallen. Aber ich glaube, das hier, das kriegt Pike noch hin. Das sieht man auch an meinen Podcasts hier. Ich trinke immer irgendwas, während ich podcaste und das haut nie hin. Und nachdenken versuche ich auch noch manchmal währenddessen und auch noch eine Serie gucken. Deswegen ist da immer nur Quatsch bei mir, weil was dabei rauskommt. Zum Glück mache ich die ja auch selten alleine. Deswegen. Das stimmt. Ja. Wir sprechen einfach lauter, wenn Arne schon wieder irgendwas pütschert, damit man das klare Pütschern nicht hört. Das ist gar kein Problem. Gluck, 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 gluck. Ja. Genau. Es sind fast alle auch da. La Arne kommt etwas später und es stellt sich heraus, dass La Arne beim, wie sie sagt, Seelenklempner war. Bei uns nochmal ganz schnell. Wir hatten das auch im Previously On gesehen. La Arne hat ja mit den Gorn nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht, als sie Kind war. Und ganz offen. Ja. Frank schmutzelt. Gone with the Wind. So kann man das ausdrücken. Ja. Ja gut. Also für diejenigen, die vielleicht jetzt erst einschalten und das nicht gesehen haben, die alten Folgen. La Arne ist ja auf einem Raumschiff mit ihrer Familie gewesen und die sind halt alle von den Gorn verspeist worden, beziehungsweise als Brutmenschen genutzt worden, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Außer für die Gorn schon. Ja, für die schon. Das stimmt. Das ist übrigens eine Sache, die ich so ein bisschen schade finde in diesem Previously On. Das nimmt sehr viel hervor. Also jetzt, nachdem Arne mir irgendwann mal erklärt hat, du siehst alles, was wir in dieser Folge brauchen, kann man sich schon nahezu sehen. Okay, die Gorn werden kommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Ja. Das ist auch der Punkt natürlich, wer sich überhaupt nichts spoilern lassen möchte, der sollte das auch nicht gucken. Das sehe ich total ein. Ich bin da halt anders. Ja. Das ist genauso wie mit, ich finde das ganz lustig, bei den, ich habe, ich höre, es gibt ja viele tolle Podcasts, die man hören kann, auch viele tolle Star Trek Podcasts. Und schöne Grüße an die Kollegen von Trek am Dienstag. Die haben jetzt gerade die Folge besprochen, wo Worf nach Deep Space Nine kam. Und ich habe das natürlich immer im Hinterkopf gehabt, aber Worf ist noch nicht aufgetaucht, aber in der Titelsequenz steht schon Michael Dorn drin. Das ist natürlich so ein Spoiler, wo man sagt, ah, muss das sein? Das finde ich dir auch so ein bisschen schade. Wie dem auch sei, wir wollen weitergehen. La'an kommt halt von ihrem Termin, wird jetzt mit einbezogen in das Meeting. Und was kriegt sie als erstes erstmal vorgesetzt? Keine Information, sondern Essen. Ja, das müssen sie probieren. Das müssen sie probieren. Dann macht sie so eine Rückfrage, so, ah, ich will jetzt gar nichts essen. Ja, das müssen sie aber probieren. Und dann während dieses Gesprächs macht sie irgendwann eine Rückfrage, was ist, wo ist denn dieses? Und dann wird ihr Käse gereicht. Und das war genau, was sie wollte. Also das ist wirklich charmant eingebunden, dieses ganze Essen. Das gefällt mir gut. Genau, es ist einfach sehr lustig auch. Also es entzerrt. Es wird ja nachher, wird sich die Laune und auch der Mut dieser Folge komplett drehen. Weil das hier ist zwar schon wichtig. Wir merken, dass es hier ganz wichtig, worum es geht. Aber es ist halt noch locker und entspannt, was hier abgeht. Also selbst wenn Spock uns das erzählt. Ja, Notruf und hier Planet der Klasse L. Und hast du nicht sie gesehen? Und die Peregrine und bla bla bla. Und ja, ich hätte ganz gerne eigentlich noch das hier zu essen. Und kann ich noch ein bisschen was davon. Und Bacon kriegen sie auch noch. Und super. Und Pike geht, während er serviert, gibt da Spock die Schürze. Hier machen sie mal weit. Toll. Das passt schon. Genau, aber so richtig viel kriegen wir halt noch nicht. Es ist irgendwie so eine Rettungsmission von halt dem Raumschiff Peregrine. Von der, ich habe es schon wieder vergessen. Von irgendeiner Klasse, die keine Constellation, keine Constitution-Klasse ist, aber so aussieht wie die Constitution-Klasse und aus Teilen der Constitution-Klasse gebaut worden ist. Ja, irgendwie so. Ja, man kann es halt einfach machen, wenn man eine Bottleshow machen möchte. Und halt in den eigenen Szenen bauen. Aber ist in Ordnung. Ich hätte einfach gesagt, das ist eine Constitution-Klasse und die Sache wäre erledigt gewesen. Nein, das ist keine Constitution. Also das kann man ja wohl nicht. Das sieht man doch von, also die ist doch schief und so. Ja, weil sie abgestürzt ist. Ach so, deshalb. Ich habe irgendwo gelesen, ja, das ist überhaupt nicht die gleiche. Es ist völlig anders. Die Abdeckungen auf der Brücke sind blau. Und der Schirm auf der Brücke ist auch viel größer. Ja. Okay, gut, gut. Ist egal. Also da könnte man auch behaupten, hier am Ende von Staffel 1 PK, da gibt es mehrere verschiedene Schiffe, die da auftauchen. Das ist alles das selbe Schiff. Es waren vier Klassen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Jetzt sagst du noch, dass es mehrere Titan-Schiffe gibt. Also, ja. Okay, gut, zurück zu dieser. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Kommt demnächst wieder. Also, das Gespräch ist ja noch nicht fertig. Es geht jetzt auch noch über die Überlegung, was machen wir denn? Denn jetzt haben wir plötzlich ja zwei ganz wichtige Aufträge. Ja. Und in so einem Hin und Her gerade zwischen La'an und Pike ist es so, ja, warum machen wir nicht beides? Wir teilen die Crew auf. Mhm. Multitasking. Ja, sehr gut. Auf der einen Seite fand ich es lustig, auf der anderen Seite dachte ich mir da schon, auch beim ersten Mal, ich habe ja was bei Horrorfilmen gelernt. Ich wusste noch nicht, dass es ein Horrorfilm wird, das Ganze. Aber Aufteilen von Teams ist immer blöd. Ja. Da wird irgendwas passieren. Ich meine, grundsätzlich, auf so einem Schiff sind so dermaßen viele Leute, warum sollen die nicht sonst wie viele Sachen gleichzeitig machen? Klar. Aber wenn das in dieser Serie jetzt schon explizit angedeutet wird und so flauschig anfängt, können wir uns sicher sein, da kommen Stacheln bei raus. Genau das. Genau das. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch überlegt, ah, der Käpt'n und die beiden Ends, die ja die Enterprise verlassen, nehmen wir mit. Und wie wir gleich dann auch noch sehen werden, der frisch beförderte Lieutenant kommt mit. Und wenn man dann auch noch sagt, so ja, übrigens, wir machen hier eine Spritztour mit einem Kombi, weil das alles so schakalacke einfach ist. Da sind bei mir, ich habe sie zwar nicht, aber wie bei Hammer, die Fühlerchen hochgegangen. Hier wird es gleich lustig. Es wird auch lustig, weil relativ viel passiert jetzt auf Screen, die Teilung und so weiter und so fort. Wir sehen nämlich als erstes, nächstes direkt zwei Shuttles, die durch eine, naja, schön kann man das nicht nennen, also durch einen verdammten Sturm versuchen, auf diesem Planeten der L-Klasse zu landen. Nichts anderes als ein riesengroßer Eisplanet, habe ich mir gedacht. Das ist ja bei Klasse-L-Planeten auch grundsätzlich so. Also im Grunde sind die so ähnlich wie Klasse-M-Planeten. Klasse-M-Planet ist die Erde und alles andere dieser Art, wo einfach Menschen problemfrei mehr oder minder leben könnten. Oder zumindest hier Unions-Lebewesen. Ach nee, pardon. Falscher Podcast. Falscher Podcast. Und Klasse-L ist im Grunde das Gleiche, nur dass die Lebensbedingungen da nicht so geil sind. Aber es gibt Atmosphäre, man kann atmen, es ist alles nicht so schlimm so, aber es ist halt vielleicht arschkalt oder ziemlich heiß oder gibt keine Tiere oder irgendwie so. Also es ist immer ein bisschen doof da. Irgendwas ist ja immer. Es ist halt kein Mensharab-Klasse-Planet. Ich fand's, ich weiß nicht, mir hat diese Prämisse halt schon nicht so gut gefallen, weil so ein Schiff, das geht ja nicht einfach verschütt und keiner in der Kommunikation und nix, wenn da nicht irgendwas passiert ist, was vielleicht doch ein bisschen gefährlich ist. Und dass man halt nicht mal darauf warten kann, eine Stunde da irgendwie zu investigieren und dann nochmal einen Shuttle hochzuschicken, dann zu sagen, ja, ist alles klar, die Leute sind hier nur verdattert und der Hyperschraubenschlüssel des Kommunikations-Pipapo ist ausgefallen, whatever. Ja. Ne, aber dass sie da quasi keine Sekunde warten, also da, weiß ich nicht, da hab ich schon so ein gewisses Problem mit der Folge gehabt, dass ich dachte, die Prämisse passt mir, also das ist genau, wie Nils schon sagte, also es soll so ein Horrorfilm werden, und das wurde mir da dann langsam schon so vom Gefühl her klar oder zumindest eine konstruierte Ausweglosigkeit, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, fand ich halt, ich fand es nicht so ganz überzeugend. Und ich hab tatsächlich auch mal ganz einfache Lösungen für diese Kommunikationsprobleme, die die alle haben. Ich meine, wir sehen ja in dem Moment, wo die Shuttles da runterfliegen, die können eine Weile weit gucken. Lass es vielleicht 100 Meter sein. Baut doch einfach Sonden, 1500 Stück vom Raumschiff bis zum anderen Raumschiff, alle 100 Meter entfernt voneinander. Das Ding ist das Problem mit der Kommunikation. Oder setzt da ein paar hin, die die Kommunikation stückweise ermöglichen. Ja. Oder, oder, oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten, zumindest noch zu sagen, hey, vier Stunden gucken wir uns mal um, ne, und bis dann, dann könnt ihr euch verpissen. Oder genau wie Arne sagt, dann von mir aus auch noch ein Subspace Relay, das man einfach dabei hat als Schiff. Ja. Das setzt man da halt hin und dann hast du genau die Kette von, also ja, ich weiß nicht. Sie, sie machen das ja schon geschickt, also auch in Story. Sie erzählen uns ja, ja, hier ganz wichtig, wir sind die einzigen für diese beiden Aufgaben, weil da ist ja noch diese komischen Akku-Batterie-Gedönskram da für die Station K7. Und auch dafür sind sie die einzigen. Und die, die, um einfach den Druck zu erhöhen, sagen sie, ja, diese Akku oder was auch immer das waren, die dürfen nicht so lange rum. Bitte? Viridium-Zellen. Und sonst geht die Station nämlich in der Woche lang, in der Woche geht die dann quasi außer Strom. Da habe ich gedacht, was für Stromkonzepte haben die denn bitte, wenn das so dringend ist, deinen Akku rüber zu schmeißen. Ja, ja, und die, die, die Zellen, die zersetzen sich halt. Und deswegen muss das ja alles ganz, ganz schnell gehen. Also sie machen das schon. Und dass die Kommunikation da im Popo ist, das ist ja auch erklärt, weil das sagt ja ein Benga-Jäger gar nichts zu machen. Das muss hier irgendwas damit zu tun. Ich sag mal so, die haben ja in diesem Weltraum, haben die so ein beschränktes Set an Problemen, mit denen sie immer wieder dealen. Da könnte man sich ja mal hinsetzen, eine Fokusgruppe machen, sich überlegen, hey, wie löst man denn dieses frequently, also dieses häufig auftretende Problem, dass irgendwo die Atmosphäre zu dick ist, und man da nicht so richtig kommunizieren kann. Also fand ich zum Beispiel Arnis Idee sofort überzeugend. Da hab ich gedacht, hey, die haben, Antischwerkraft haben sie halt erforscht. Da hängst du halt eine Kette von so Elon-Musk-Sonden, halt nur, dass die halt nicht in einem Orbit bleiben müssen, sondern die sind dann eben auf Höhe und kannst da als Kette verlegen. Und dann hast du halt am Ende einen Subspace-Relay, das du da temporär auswirfst. Und dann können die halt den ganzen Tag Bildtelefonie machen. Also das so, ach, ich weiß nicht. Also diese Story ist schon einfach arg konstruiert und ziemlich weit hergeholt so. Aber das ist doch meistens, wenn es nicht konstruiert wäre, dann würde sich das kein Mensch angucken. Weil wenn die Enterprise irgendwo hinfliegt und dann erst mal 48 Stunden da rumeiert und sagt, wir müssen mal gucken. Ich bin ja auch verwöhnt von den letzten Folgen. Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist jetzt nur mal ein ganz bisschen, es ist ja trotzdem eine gute Folge. Aber das war schon an der Stelle, wo ich dachte, ja klar, und jetzt passiert wieder irgendein, weißt du, erst mal dachte ich, okay, zwei Shuttle fliegen runter, da crasht bestimmt eins, weil das ist ja sonst der Klassiker. Ja, hab ich auch gedacht. Shuttles sind einfach das beschissenste Verkehrsmittel, was es überhaupt gibt. Ja, im Prinzip stürzen die immer ab. Direkt nach Elektrorollern oder nicht? Genau, es gibt immer Probleme. Und als sie dann schon runtergekommen sind und sie dann nicht kommunizieren konnten, war irgendwie schon klar, oh Mann, die müssen da bestimmt ums Überleben kämpfen. Also, naja, okay, whatever. Du hast ja auch recht, Nils, irgendwie muss das so laufen. Und so haben sie sich hier entschieden. Ich bin ja voll und ganz bei dir. Natürlich, das ist konstruiert bis zum Ende, aber mindestens jede Folge ist konstruiert. Naja, klar, aber es kommt ja aber so ein bisschen drauf an, hast du halt die Möglichkeit, halt die Handlung echt so vorherzusehen so? Ja. Das hatte ich halt in den letzten Folgen nicht. Klar haben sich da auch Leute hingesetzt und einen Plot geschrieben und den dann abgefilmt und so. Aber es ist halt, also mir war es dann nicht möglich, die Handlung so vorherzusehen wie hier. Hier fand ich es schon so, als es dann gleich, sehen wir ja gleich, wird es dann noch irgendwie dunkle Gänge und dann warst du schon klar, das ist hier ein Alien-Plot. Also ich habe mich sofort an so ein Alien-Movie erinnert. Das frische Blut überall, das natürlich nie die Farbe rot fällt. Also da kannst du ja auch noch was zu sagen, aber ich glaube, Blut ist, glaube ich, nicht dauerhaft rot. Also, ja. Nein, nein, das wird dunkler. Aber zumindest bei mir war es so, als ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe, wusste ich erst nicht mehr, worum es geht und dann waren wir auf dem Planeten und ich sah Hämmer und dachte nur so, oh fuck, nee, jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, da war ich zumindest vom Ende her sehr überrascht. Aber da kommen wir dann ja noch zu. Ich war überrascht, als ich jetzt zum ersten Mal dieses Raumschiff gesehen habe, die Peregrine, die übrigens Sombra-Klasse ist. So, danke. Weil ich dachte, wow, früher hat es immer geheißen, oh, wenn Flugzeug, diese Blackboxen in Flugzeugen so robust sind, warum baute ich das ganze Flugzeug da draus? Das haben sie ja anscheinend gemacht. Wenn das Ding da abgestürzt ist und hinterher noch so gut aussieht. Ich möchte gerne nur noch Dinge aus diesem Material haben. Keine Ahnung, was das ist, aber es scheint mega robust zu sein. Weil die Form, wenn ich jetzt meine Spielzeug-Enterprise hier von der Wand nehme und einfach aus der Höhe auf den Boden fallen lasse, bin ich mir ziemlich sicher, dass die kaputter ist als das Ding. Beweis, Beweis. Yes, yes. Auf der anderen Seite, das wird ja auch noch besser oder wird auch schlechter. Also die Untertassen-Sektion der 1701D sah auch schon ganz schön ramponiert aus. Auf der anderen Seite ist sie am 1 Stück geblieben. Ganz genau, ja. Scheint sich. Genau. Es ist auf jeden Fall kein schönes Wetter da unten, sind sich die meisten einig, außer MC Hammer. Der grinst und freut sich, weil es ist wie zu Hause, wie auf an Dorian. Das ist toll. Ich freue mich. MC steht für Mechanical. Ja, Mechanical. Natürlich, hast du sehr gut gemacht. Weiß noch jener. Chief, Mechanical Chief ist übrigens der MC Hammer. Ja, sehr gut. Wir kriegen nochmal mit, wer da alles... Ich frage mich, bei den paar Hanseln, die da mitgekommen sind, das sind ja die beiden Ensigns Uhura und Cardi, glaube ich. Dann haben wir Duke, Kirk, Lieutenant, richtig? Kirk, Lieutenant Kirk und Lieutenant Duke. Dann haben wir Spock. Dann haben wir den Doktor. Dann haben wir die Nurse. Den Captain. Und Lahn. Habe ich mal vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das sind jetzt nicht mal zehn Leute. Warum sind die denn mit zwei Shuttles da runtergeflogen? Die brauchen keinen Platz. Spock stinkt. Die haben noch Support. Nee, die Menschen stinken. Irgendwelches Zeug mitnehmen, irgendwelche Technologie oder irgendwelche Supplies. Stimmt. Ja, stimmt. Sieht man auch, da liegt Kram drum. Genau, stimmt. Wir müssen noch immer so ein bisschen gucken, bevor das nachher alles den Bach runtergeht, dass wir lustig sind. Wir werden hier über Trinkspiele aufgeklärt. Das wollte ich nämlich tatsächlich nochmal einen Punkt zu dem zwei Shuttle, weil ich hätte mich dann auch erst kurz überlegt, warum schicken sie nicht einfach einen Shuttle mit dieser Batterie dahin, weil so weit ist das ja offensichtlich auch nicht weg, aber ich glaube, die ist einfach zu groß. Ja. Die kriegst du halt in so einen Shuttle nicht rein, dann, ja. Nein. Die ist genauso groß wie dieser Raum, wo wir bis heute immer noch nicht wissen, was das eigentlich für ein Raum war, da wo Uhura letztes Mal Könige Nave war und hier Hofstaat gehalten hat. Das ist komplett jetzt ein Ding. Ich dachte, du meinst den Raum mit den Rubber Duckies. Das kommt erst später. Das ist Trinkspiele. Spock soll einen ausgeben, weil er hat Duke noch Ensen genannt. Fand ich so geil, diese Erklärung. Also nicht nur, dass das passiert ist, ich so im ersten Moment, hä, was ist jetzt passiert? So, und dann wird es aber sofort aufgeklärt. Das fand ich so gut. Also so eine schöne Tradition. Das habe ich gedacht, okay, das kann man gut mal machen. Ja, aber es ist ja auch nachvollziehbar und es ist auch gemacht. Also ich habe so einige Kästen Bier wegen sowas, als ich noch aktiver Soldat war, bezahlt, weil ich eben jemanden falscher im Dienstgrad angesprochen habe. Passiert. Zeigt uns so ein bisschen, okay, wir sind hier noch lustig und wir machen das und das ist ganz schön. Kirk freut sich da noch und frotzelt hier noch mit Spock rum. Das wird sich auch noch ändern. Und natürlich muss Chabbel den lieben Spock auch noch mal mit ganz großen Augen angucken. Und dann geht der Marsch los. Warum überhaupt? Also ich meine, die haben diese wunderschönen Shuttles, fliegen mit zwei wunderschönen Shuttles drei Kilometer vom Zielort entfernt hin und dann latschen sie den Rest. Da gab es eine Erklärung für irgendwie, dass die Region halt zu instabil ist und pipapo. Also wahrscheinlich können die Shuttles dann durch die Eisfläche einbrechen oder irgendwie so habe ich mir das jetzt erklärt. Okay, genau. Sowas war da auch hier gefährlich, blöd, doof ist nicht. Aber bevor wir richtig loslegen, müssen wir natürlich die ganze Nummer noch gefährlicher machen und wir finden das erste Blut. Und ich gebe dir da recht, Frank, so rot wird es nicht sein. Das Blut zersetzt, sich koaguliert und wird dann eher so ein bisschen schwarz nach gewisser Zeit und das ist ja nicht erst gerade eben passiert. Aber ich muss zur Verteidigung hier anbringen, dass es auf diesem Planeten saukalt ist und wenn das Zeug einfach gefriert, dann ändert das seine Farbe wahrscheinlich nicht. Ja, habe ich auch gedacht. Könnte sein, aber wir sind ja auch nachher im Schiff. Ja, keine Frage. Also selbst wenn das da drin jetzt mittlerweile auch kalt ist, dann war es ja irgendwann mal auch nicht kalt und das Blut ist einfach überall frisch, also frisch rot. Ja, auch in der Kälte aus Erfahrung und ich werde da nicht weiter darauf eingehen, auch aus Erfahrung, es wird sich verändern, auch dann, also nach relativ kurzer Zeit, weil es sich einfach zersetzt. So, und dann kommt der wunderbare, über den wir auch schon gesprochen haben, tun, gedöns, hier Vorspann. Ja, ich muss gestehen, bei so einer Pre-Open, Pre-Title-Sequenz ist mir jetzt gar nicht so nach Orgasmus, muss ich sagen, bei diesem Vorspann. Nee, vor allen Dingen, obwohl ich das wirklich geschickt finde, wie sie es gemacht haben, denn die Titel-Sequenz ist für mich so ein ganz harter Cut. Das sieht man auch gleich, es wird gleich ruhiger, es ist schon so Sachen, die irgendwie hier, als wenn man nahezu hören kann, dass Stromkabel irgendwo liegen, es ist dunkler gleich, obwohl die Tür aufgeht. Die Atmosphäre ist völlig anders. Also bisher jetzt gerade eben, okay, wir müssen arbeiten, aber wir sind noch alle ganz lustig und fein miteinander. Das ändert sich jetzt direkt. Also nach etwa 10 Minuten, 11 Minuten fängt für mich der Horrorfilm an. Ja, und das ist tatsächlich, ich sage es immer wieder, Science-Fiction ist kein Genre, sondern ein Setting, weil das hier ist nämlich eindeutig ein Horrorfilm und kein nicht unbedingt Science-Fiction. Ich meine, na klar ist es Science-Fiction, aber es ist halt Horror. Bis eben war es Comedy und jetzt ist es Horror. Richtig. Also für mich beginnt jetzt, ja, und Frank hat das glaube ich auch schon gesagt, Alien im Star Trek Mantel. Ja, genau. Und wir fangen wirklich sehr, sehr langsam und gemütlich an. Es ist alles schon ein bisschen komisch und es wird das schon klar gemacht als Zuschauerin. Irgendwas passt hier nicht. Wir haben ja auch schon das erste Blut gefunden. Ja. Aber irgendwas ist hier komisch. Im Schiff ist auch direkt noch mehr. Also ich meine, das Schiff ist offensichtlich versiegelt gewesen. In dem Moment, wo sie reingehen, da fängt da drinnen an, sich Eiskristalle zu bilden. Also die gab es vorher nicht. Die bilden sich erst in dem Moment und dann kommen sie da rein, da ist Blut drin. Also es offensichtlich ist die Gefahr nicht nur außen, sondern auch innerhalb des Schiffes. Ja. Also das, ich bin gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob unser glorreiches Audio-Kommentarsystem das mit rausnimmt. Hört man hier die Schreie im Hintergrund oder? Weiß nicht. Hast du bei dir auch einen Horrorfilm laufen oder? Ich habe einen Horrorfilm laufen, ja. Ich höre keine Schreie. Oh, dann weiß ich nicht, wo sie herkommen. Liebe Hörerin, mit dem wisst ihr, höchstwahrscheinlich, wann wir aufnehmen, wahrscheinlich hat Deutschland gerade ein Tor geschossen. Das Blut haben wir ja noch gar nicht so richtig gesehen, finde ich. Ich dachte, das kommt erst später nochmal, weil ist denn direkt schon wieder da was drin zu sehen? Ich dachte, Laan kommt. Ne, ne, also blutige Hand an der Glastür, wo sie reingerannt sind und dann an dem Schallpanel, wo da versucht wird, irgendwas Licht anzumachen, sofort alles blutig. Stimmt, weil irgendwann kommt der Laan nochmal rein und sagt, wir haben 20 Leute da draußen gefunden, unter anderem die Käpt'n. Es passiert alles sehr, sehr langsam. Wir werden eingeführt, hier ist was passiert, wir wissen noch nicht so ganz, was das ist. Draußen halt ein großer Haufen von Leichenteilen und Blut und uns ist schon klar und das wird auch immer so ein bisschen gesprochen, pass mal auf, wir müssen mal gucken, dass wir das wieder ans Arbeiten bekommen, das Raumschiff, damit wir Informationen bekommen, Hammer hat eine gute Idee, holt sich Spock mit rein, Mensch, komm mal, ich mach das im Maschinenraum, du machst das auf der Brücke. Auf der anderen Seite ist Uhura dabei, Informationen herauszubekommen. Sie findet auch einen Logbucheintrag, der Käpt'n der Peregrine und so kommen wir einfach immer weiter. Was ist denn hier passiert? Sehr, sehr langsam. Ich finde das Pacing teilweise hier sehr, sehr langsam, aber nicht störend. Was genauso wie in, für mich ist das, hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist Alien, so ein bisschen zumindest, auch von der Kälte her passt das. Der Film hat das damals auch extrem gut gemacht, dass wir relativ langsam ein ruhiges Erzähltempo haben, aber trotzdem uns Informationen gegeben werden. Und die Bombe platzt halt durch diesen Logbuch-Eintrag, wo uns erzählt wird, dass dieses Raumschiff drei Flüchtlinge, Personen an Bord genommen hat, ein menschliches Mädchen, ein Orioner und ein Wesen, von dem sie nicht wissen, wer es ist oder was für eine Spezies das ist. Und ja, bei dem Orioner waren wohl im Körper Gorneier. Und von den Gornen haben wir ja, wie gesagt, schon gehört und das, da merkt man schon so, oh, alles große Augen, wir machen verschiedene Cuts auf die Augen der verschiedenen OffizierInnen. La'an, völlig stocksteif, bringt aber auch wieder so ein total klasse One-Liner, der erste, der die Stille in Anführungsstrichen durchbricht, also die Stille während das Logbuch vorgelesen wird, dann die Käpt'n sagt, halten sie sich bloß fern von diesem Planeten und La'an sagt nur sowas, ja, das kommt ja nur ein bisschen spät jetzt. Und damit sind wir relativ zügig, obwohl auch langsam war so mein Gefühl, in das Setting reingesetzt. Und dann wissen wir als ZuschauerInnen auch, oh, wie gesagt, Gorne, da hatte La'an uns erzählt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das wird böse. Ja, und jetzt müssen wir erstmal die Truppe wieder zusammenziehen, Pike ohne eine Wimper zu zucken, schickt einen Benga raus und Spock hier, holt die anderen rein. jetzt müssen wir mal alle in Sicherheit bringen. Taktik wird auch gleich vorgeschlagen, was können wir hier machen, wir müssen sie alle vernichten, sagt La'an. Ja, also das ist schon ziemlich heftig. Währenddessen auch so ein bisschen versteckt, aber doch, es wird weitergearbeitet, alles sehr, sehr professionell, wird festgestellt, dass zwei Lebensformen noch auf dem, ich wollte gerade auf der Enterprise, sondern das ist, ja, es sind die Sets der Enterprise, aber es soll ja halt ein anderes Raumschiff sein, genau. Uhura sagt ganz klar, das ist ein menschliches Lebenswesen und eins von dem wir es nicht wissen, wie gefährlich. Und der Käpt'n schnappt sich dann halt La'an und Uhura, Waffen sind gezückt und es ist Taschenlampen, es ist düster, zerrupfte Leichen liegen auch in den Korridoren. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finde, also rein filmerisch gut gemacht, aber ich bin halt auch nicht so der größte Horror-Fan, aber wenigstens sehen wir bald wieder ein bisschen Licht, nämlich Licht aus einem Raum und genau dort gehen unsere Heldinnen jetzt hin. Ich finde das geil, dass es quasi keine Musik hier gibt, sondern nur so Horror-Sounds. Ich kann das nicht nachmachen, aber so fühlt es sich für mich an. Jetzt weiß ich, was mir da gefehlt hat, du hast recht, ja, das stimmt. Aber das ist ja auch ganz häufig, dass mal so richtig gute Horror-Filmmusik ist schwierig zu machen mit solchen Geräuschen, kommst du fast besser. Außer du machst sowas Eintöniges wie John Carpenter damals zu Halloween, der ein wirklich einfaches Ding gemacht hat, aber wenn dieses das läuft einem in den Rücken runter. Ja, genau. Welcher Film? Der mit Bruce. Jaws. Ja, der mit Bruce. Der Hai hieß Bruce. Jetzt kommst du. Aber jetzt kommt hier nicht Bruce, sondern halt ein Alien, das ich noch nie gesehen habe in Star Trek. Fand ich total spannend. Dieser Kopf, der irgendwie aussieht wie, ich weiß es nicht, irgendein Käfer. Total spannend. Eine Art Shrimp fand ich. Ein Shrimp. Ich hatte das Gefühl, das sieht aus wie Flügel von einem Käfer, die sich von der Schale weggenommen hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr un-Star-Track-iges Alien-Design. Die sind, normalerweise sehen die ja nicht so aus. Die sind ja alle mehr oder minder humanoid. Wir haben das ja erklärt bekommen, warum. Und dieses hier sieht ein bisschen aus, als sei es direkt aus Mass Effect geklaut worden. Ich fand es ganz cool, dass die Atmung so mit dem Kopf verbunden war offenbar. Es sah irgendwie so aus, als wenn es eigentlich so die Einatmungsschlitze sozusagen nicht im Gesicht, sondern oder zumindest teilweise auch irgendwo unter diesen Kopfplatten halt hätte. Auch die Waffe ist mal was anderes, obwohl wir sowas bei den Orionern schon und OrionerInnen schon gesehen haben. Also so Stabwaffen. Ich war wieder an Stargate erinnert. Die Stabwaffen von Injafar. Mir hat es gefallen. Und man merkt wieder, wie gut und wie professionell unsere HeldInnen sind. Also aus aller Ahnen, die Uhura anschnauzt, ja, ja, Linguistin, sagen Sie doch mal was. Und Uhura ganz cool sagt, das funktioniert so nicht. Aber sie saugt trotzdem die Situation auf und klickt gleich so, warte mal, der kommt raus mit einer Knarre in der Hand. Aber wir wissen ja, da sind zwei drin und antizipiert jetzt, es könnte ja sein, dass dieses Wesen die andere Person, die Menschliche beschützt. Ja. Könnte genauso gut sein, dass dieses Wesen versucht, sein Essen zu beschützen. Aber gut, sie hat ja glücklicherweise Recht und der Käpt'n vertraut ihr ja auch und deswegen werden die Waffen weggelegt. Und dann wackeln wir da allesamt rein und dort treffen halt dieses junge Mädchen. Oriana heißt sie, glaube ich. Genau. Und die ist völlig verängstigt, dass klar Mädchen, das dabei war, wo Gorn aufgetaucht sind. Ja. Dann haben wir eine lustige kleine Zwischensequenz. Ich weiß nicht, ob die wirklich wichtig wäre, warum die jetzt da ist. Vielleicht könnt ihr mit der helfen. Wir sind kurz in der Krankenstation. Chappell und Spock treffen sich da und doch, die wird wichtig. Die wird auf jeden Fall wichtig. Ich wollte dir da auch nicht reinreden, aber zustimmen, dass sie auf jeden Fall wichtig wird, ja. Ja. Du darfst mir jederzeit reinreden. Das ist ja Sinn und Zweck, dass wir miteinander sprechen. Es geht hier um Kommunikation. Es fängt halt irrelevant an, weil es darum geht, dass Duke, der jetzt ja frisch befördert ist zum Lieutenant, der will jetzt nicht kommen, weil er, also der muss jetzt den großen, starken Lieutenant spielen, obwohl er jetzt verletzt ist. Und deswegen kommt Spock jetzt, um irgendwas zu holen. Ja. Wenig interessant. Das Gespräch, das dann kommt, weil da geht es ja, glaube ich, um Spock und seine, seine Menschlichkeit beziehungsweise seine Vulkanerheit, dass Vulkaner versuchen, ihre Gefühle zu zügeln, aber die definitiv da sind. Und das wiederum wird noch wichtig. Ganz genau. Und natürlich, so ein Gespräch, das muss man mit Chappell führen. Das ist auch gut und ist schön. Genau. Das nächste Gespräch hat mir sehr gut gefallen, weil das eigentlich so ein Recap ist. Sowas hatten wir schon mal. Hammer und Uhura arbeiten gut zusammen. Es geht hier auch so ein bisschen nicht nur darum, dass alles kaputt ist, sondern auch, ja, wo will ich als Uhura eigentlich hin? Alle wissen sie, wo sie hin sind, wo ihre Reise hingeht, wo sie sind und dass Starfleet total cool ist. Und sie weiß halt nicht so ganz genau, wo sie hingehen soll. und ich, also ich mag Hammer sowieso, habe ich jetzt schon 13 Mal gesagt, glaube ich, aber ich finde das total cool, dass dieser kratzbürstige, bisschen harsche Typ, dass der für sie wie ein Mentor ist. Ich weiß nicht warum, aber er hat sich hier angenommen und gesagt, doch, 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 du wirst deinen Weg schon gehen. Und er hat sie auch durchschaut. Also er weiß ziemlich genau, was in ihr losgeht. Und ja, er ist blind. Und übrigens, wer noch blind ist, sind die Leute, die hier die Untertitel geschrieben haben, denn die schreiben Hammer mit A. MC Hammer, habe ich doch gesagt. Auf jeden Fall. Wie dem auch sei. Also es hat mir auch wirklich gefallen auf eine Art und Weise, wie das gespielt ist, obwohl es so dunkel ist. Das ist durch diese Prosthetics, Prothesen, die der Schauspieler Bruce Horak vor den Augen hat, sind ja auch gerade die Augen, die blind sind, aber trotzdem, was auch sagen können, nicht gut zu sehen. Also ich finde das sehr, sehr schön. Genau. Ja. Wir hüpfen hier schnell rum und die gefundenen Überlebenden sind jetzt in der Sickbay und wir kriegen nochmal so ein bisschen Hallo, das ist das Mädchen. Und der Doktor nimmt sich hier an, nicht nur medizinisch, sondern möchte mit dem Mädchen halt sprechen. Und er ist ja auch Vater. Ja. Ist er noch Vater gewesen, wie auch immer. Und ja, ich hätte noch gefehlt, dass er ihr über den Kopf streichelt. Alles schön. So ein bisschen. Ja. Dann kommt La'an. Bitte? Komm her, Njut. Ja, genau. Wo wir Aliens sind. Genau. La'an hat ihre ganz, ganz negativen Erfahrungen mit den Gorn. Sie weiß, in was für einem Setting sie hier ist. Sie will Informationen haben. Also schnappt sie sich das Kind, weil mit dem anderen Lebewesen kann sie nicht sprechen. Und sie weiß, dass sie keine Zeit hat. Deswegen ist sie sehr, sehr taktisch und zügig und hast du nicht gesehen. Wo sind die Gorn? Was ist passiert? Und ich kann es verstehen, dass für das Kind das nicht schön ist. Aber ich kann auch La'an verstehen, die halt, ich meine, sie ist ja sogar endlich mal jemand, der in Therapie ist sogar, wegen eines Problems, das aufgetaucht ist, wegen eines Traumas. Ich muss das nicht schön finden. Ja, bitte? Ja, also ich hatte mit der ganzen Session auch wieder so meine Probleme. Also ich finde, ja, also das, was du sagst zu dem Umgang mit La'an und Oriana, das teile ich. Also kann sowohl La'an jetzt verstehen, dass sie da so ein bisschen ruppig ist. Auf der anderen Seite, da ruft ein Banger sie auch so ein bisschen zur Ordnung nachher, dass das jetzt vielleicht nicht der beste Weg ist und dass man auch ihre Perspektive betrachten soll, etc., etc. Womit ich eher so ein Problem habe, ist, ah ja, the readings are clear, also are clean. Ja, nee, dann brauchen wir die ja auch nicht ausziehen und die angucken, weil La'an weiß ja auch gar nichts darüber, wie das ist mit der Vermehrung der Gorn, weil sie ja auch nur zwei Jahre oder wie lang auch immer da auf diesem Gornplaneten war. Fand ich halt nicht so überzeugend. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man da ein bisschen umfassender sich das anschaut und ich fand's auch ein bisschen oder find's auch immer noch mega unlogisch, dass diese Readings alle clear sein sollen, wenn der ja offensichtlich schon dann nachher ganz stark physisch reagiert, dass man das alles gar nicht sehen soll. Also ich mein, selbst heute kann man ja so eine Person in so einen Ganzkörper-MRT schicken und die sind ja jetzt nochmal ein paar Jahrhunderte weiter, also dass die da jetzt irgendwie gar keine Möglichkeit haben, irgendwelche Anomalien zu sehen oder wenigstens noch eine Erklärung zu liefern, wie die Gorn das hinkriegen, dem jetzt so komplett zu entgehen. Da hätte ich mir ein ganz bisschen mehr Technobubble oder vielleicht auch irgendwas Spezifischeres erwartet oder wie gesagt, dass man die halt ein ganz bisschen, wenn man meinetwegen das Tech gerade nicht live hat, weil das Schiff noch aus ist oder so, dass man da halt mal so ein bisschen nachguckt und dann vielleicht dieses Geklebe, was sie nachher ja unter den Armen finden und so, also dass man da irgendwie mal hinguckt so, denn dann wären ja Überraschungen vermeidbar gewesen. Also das hat mich nicht überzeugt, dass man da nicht, wo man schon weiß, es geht um die Gorn, das ist ja Information, die man denn hätte nutzen können und selbst unabhängig davon würde ich jetzt erwarten, dass es so Protokoll ist, wenn du irgendwo hinkommst, dass du halt sagst, okay, man guckt sich die Leute an, man muss sie ja nicht bis zur Unterhose ausziehen, wobei ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht, aber zumindest so mal den Körper insgesamt sich mal nochmal anschauen, hätte ich jetzt erwartet, dass sich vielleicht das etabliert. Pass mal auf, ich habe mehrere Probleme hiermit, denn ich glaube schon die nächste Szene, also wir gehen gleich einmal kurz weg und dann kommen wir nächste, maximal übernächste Szene, das ist in Laufzeit hier keine zehn Minuten, sind die Eier schon geschlüpft. Ja, genau. Also und es wird uns ja auch noch erzählt, ja natürlich, das wird anders, bla bla bla, sie versuchen sich das wieder schön zu lieben, aber dass es so schnell geht, selbst bei Hämmer geht das ja, also das, das erregt sich halt, ja riesig total, ich habe vorhin eine Spoilerwarnung gehört, das darf sich keiner, keiner, auch du nicht, du sowieso nicht beschweren. Aber ja Nils, auf jeden Fall, also darauf wäre ich noch ein bisschen später gekommen. Ich bin da voll bei dir, das ist Bullshit, Entschuldigung, also das ist, in zehn Minuten fängt er da an zu japsen und zu, und schleimt sich dahin zurecht, ist schlimmer als Vigo bei Ghostbusters 2, ja und hier noch nichts und ich gebe dir sicher, hallo, guckt euch den Typen doch mal an, also so ein Bullshit. Also ich meine, sie versuchen es ja schon hier schön zu reden, weil sie sagen, wir wissen über dieses Alien überhaupt nichts, Punkt eins, und zum anderen, die Gorn sind einfach mega gut da drin, sofort die Physiologie von ihren Wirten zu übernehmen und deswegen nicht aufzufallen. Also es ergibt schon ein bisschen Sinn, also sie versuchen sich das schon schön zu reden hier, dass das hinhaut. Ja, aber es sind so viele, also wer das ist, aber ich bin bei euch. Ja, also es ist komisch, weil, weil, das ist schon etwas, wo ich sage so, ja, es ist mal wieder, wo ich mit den Augen nach oben gehe und ich bin da bei Frank, es ist ja trotzdem eine gute Folge, aber das ist, das ist genau so, was ich eigentlich noch fast viel schlimmer finde, weil das ist einfach nur so, okay, wir, wir machen nicht nur einen Horrorfilm, sondern wir machen hier so einen, so einen Trash-Horrorfilm, ist von mir auch noch egal, wo von einer Sekunde auf, auf die nächste was verändert. Was ich viel schlimmer finde, persönlich, was ich nicht nachvollziehen, vollziehen konnte, das war, dass in einer Sekunde ein Banger sich da hinstellt und sagt, lassen Sie meine Tochter in Frieden, öh, meine Patientin, weil er ja ein, ja, ja, klar, das ist die letzte Folge gewesen, wo seine Tochter plötzlich hier, ganz genau, Q-artig wurde, von mir aus, aber es wird, außer dass er sagt, ja, hier übrigens, das war vielleicht noch nicht so gut, dass ich sie gerade meine Tochter genannt habe, aber es ist viel schlauer aller Ahren, wenn sie sich mal um das Kind kümmern, weil sie haben ja ein Setting. Es wird daraus nichts gemacht. Es wird nicht nochmal angesprochen, zumindest meines Wissens, also hier in dieser Folge definitiv nicht. Wenn sie, wenn sie nachher im Eisraum ist, da spricht La'an nochmal mit ihr, da wird das erst zur Anwendung gebracht. Aber mir war da auch der Abstand zu groß, also da, da stimme ich auch mit dir um ein. La'an und, ich will immer Oriana sagen, Oriana. Das macht Sinn, aber dass Mbenga hier, auf gut Deutsch gesagt, seine Patientin, seine Tochter nennt, Flashback auf die letzte Folge, das, da lassen sie uns stehen. Er sagt nur einmal, ja, habe ich gerade gesagt, aber viel wichtiger ist, dass du dich um das Kind kümmerst. Und das fand ich irgendwie so inkonsistent. Und dennoch, dass er, ihr lasst euch Zeit, finde ich hier. Es ist ein langsames Pacing. Wir nehmen uns immer wieder die Zeit, Gespräche zu führen, was da passiert ist. Und nicht nur hier, bam, 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 splatter, 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 sondern das ist gut gemacht. Aber es ist so ein Stück mehr, Stück mehr, wäre cool gewesen. Ja, hast du recht. Ich finde auch, dass sie das ein bisschen, ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass sie halt das gemacht haben. Das ist ja auch eine Charakteristikum der neuen Star Trek Serien im Vergleich zum Beispiel zu TNG, wo es halt echt wenig Rückgriffe immer gab auf die Handlung der jeweils vorhergehenden Folgen. Also ein bisschen manchmal gab es das auch oder so. Oder generell, dass man sich schon wusste, dass bestimmte Dinge mal in der Vergangenheit passiert sind, bla bla. Das fand ich generell cool. Aber ich finde auch, da ist dann tatsächlich relativ wenig dann damit gemacht worden. Das wird hier eigentlich nur einmal benutzt, um sozusagen die Mbenga-Vorlage zu geben zu Laan, ey, red doch mal mit dem Mädel später. Aber Mbenga taucht in der Situation gar nicht wieder auf, ne? Da hast du recht. Genau das meine ich. Auf der anderen Seite, das sind ja viele Sachen, die mir jetzt gefallen. Auch wenn sie das, naja, hätte Laan auch schon mal früher erklären können, wie sie jetzt nämlich gleich uns erzählt, was sie sich zusammen reimt, auch aus ihrer Erfahrung, was hier passiert. Sie sagt, die drei, die Peregrine aufgenommen hat, die werden wahrscheinlich vom Brotplaneten geflohen sein und so weiter und so fort. Also was da passiert. Und sie erklärt uns ja auch, pass mal auf, die werden hier geflütscht, geflütscht, geschlüpft worden sein. Und hier wird ja auch schon mal erzählt, pass mal auf, die machen sich gegenseitig platt. Und das ist alles schon problematisch genug, auch wenn es nur ein einziger Gorn ist. Also das ist dann wieder schön gemacht, wo man sagt, es macht was, wo sie die Informationen herhabt. Interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr, weil wir sind in einem Trash-Horrorfilm. Kann sie von mir aus aus dem Hut gezaubert haben. Es ist gut gemacht, Pike hört zu und auf der anderen Seite sagt er, okay, wir müssen weitermachen, wir machen das gut. Und das gefällt mir wiederum. Mir gefällt auch der andere Kram, es passt noch nicht so ganz. Mir gefällt die Szene danach, wo ein Banger nochmal zu ihr geht und sagt hier, also man kann das so emotional und so und hier Sopranen-Singer folgendermaßen, man reflektiert und so und dann sagt sie, ja, nee, das betrifft mich ja nicht. Und er sagt, nein, nein, ich rede von mir, ich habe das Kind meine Tochter genannt. So, das ist ein Problem und du hingegen, Laan, du bist einfach da damals durchgegangen und deswegen bist du für sie momentan die bessere Ansprechpartnerin. Das ist genau das, was er auch eben schon sagen hätte, also was er gemeint hat, was ja dann auch, er hat es halt in wenig Worten gesagt, sie soll sich mal um das Kind kümmern und jetzt erklärt er das halt. Also ich finde, das ist durchaus nachbearbeitet hier. Das, was er sagen wollte, aber ich verstehe noch immer nicht und da gerne, liebe HörerInnen, wenn euch da was auch, wenn ihr mir das besser erklären könnt, warum er dieses Kind meine Tochter genannt hat. Das habe ich nicht verstanden. Da kann noch so viel Mollmusik da sein, das habe ich nicht verstanden, weil die Situation, in der Orianna ist und die Situation, in der Rukia war, völlig unterschiedlich sind. Das sind, das Einzige, was die gemeinsam haben, sind zwei Mädchen. Ja. Die eine ist sterbenskrank gewesen und dieses Mädchen ist in einer ganz schlimmen Situation, die vergleichbar ist mit der Situation, die La'an hatte. Das passt für mich nicht zusammen. Das, was er zu La'an sagt, es gibt für mich Konsistenz und wie er auch zu ihr hinkommt, sagt er, das war gerade nicht gut, aber ich verstehe nicht, was in seinem Kopf abgegangen ist. Es ist überhaupt nicht wichtig, aber ich möchte es gerne wissen, weil ich neugieriger Typ bin. Das ist das Einzige. Genau. La'an denkt darüber nach und sagt auch hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt nur Überleben oder Leben. Wird nachher nochmal wichtig. Aber sie scheint sich dem Ganzen anzunehmen. Genau. Dann gehen wir mal wieder zu Spocki. Haben wir lange nicht gehört. Hier ist übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, sein Ohr im Fokus. Finde ich sehr, sehr gut, weil wir sind ja hier in diesem Düsteren. Da fallen Sachen runter. Da klappert mal was. Es ist plötzlich etwas hinter ihm und er dreht sich um und geht und findet Blut. Und ich glaube, am Ende ist es doch Pike, der hinter ihm auftaucht. Und ein Banker macht sich so ein bisschen lustig darüber, dass Spock sehr schreckhaft ist. Mit Spock bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, warum man das jetzt so gemacht hat. Also ich verstehe am Ende, wenn er sich dezidiert dazu entscheidet, seine Gefühle loszulassen, ob das hier uns am Anfang also schon so ein bisschen so, naja, da kommt die menschliche Seite raus, dass er ja schon nahezu schreckhaft, wie ein Banker sagt, oder ängstlich da rumläuft. Ich weiß nicht, ob es das sein soll, um schon ihm zu zeigen, also die Figur wird in diese Richtung gehen. Normalerweise ist Spock mir zu logisch und ruhig. Er ist hier ja einfach vorsichtig. Ängstlich würde ich nicht sagen, weil die Gefühle lässt er noch nicht raus in diesem Moment. Das kommt später erst. Also ich fand das halt mit diesem Erschrecken und deswegen kann ein Banker ja auch sein kleines Witzchen machen. Das fand ich schon ein bisschen dolle. Aber auch wie gesagt, also nicht irgendwie störend oder so. Es passt auch. Diese ganze Szene nimmt sich sehr viel Zeit. Wir kriegen wieder Informationen. Da ist noch mehr Blut und es ist halt so eine typische Alien-Szene, wo wir halt mehr sehen. So ist es echt ein bisschen blöd. Genau. Aber so richtig viel weiter bringt sie uns nicht. Und dann kommt das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir gehen wieder auf die Krankenstation. Und da ist Buckley, wurde das Alien, glaube ich, von Oriana getauft. Ja. Und jetzt macht Chappell das, was Frank eigentlich schon gesagt hat. Das hättet ihr vielleicht mal vor zehn Minuten machen müssen, weil jetzt ist zu spät. Weil der jappst sich da zurecht, sondert massiv Schleim ab. Chappell und Chia heißt die Ensign, glaube ich. Die haben ein ganz großes P, also Problem und Fragezeichen auf der Stirn stehen. Nur Oriana nicht, weil die hat das schon mal gesehen. Was ich, ich meine, ich weiß über die Gorn in dem Moment, wo ich das jetzt zum ersten Mal sehe, so praktisch gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen, nur dass es irgendwann mal einen Kirk gab, der einen mit einem Doppelfaustschlag gehauen hat. Leben wird. Aber das war ja auch ein Erwachsener, hier geht es um Kinder. Was ich auch überhaupt nicht weiß ist, ob das nicht vielleicht einfach das Standardverhalten dieser Buckle-Alien-Spezies ist, einfach alle 30 Minuten mega schleimig zu werden. Ja. Klar. Das, das könnte gut sein. Hier wiederum war es für mich so einigermaßen klar, also natürlich spätestens, wo Oriana einfach wegläuft. Mhm. Okay, das wird jetzt hier nicht gut. Ja. Aber es war auch so ein Bauchgefühl, weil es passt auch in das Setting rein. Was nicht in das Setting reinpasst, finde ich, ist die Nurse Chapel-Reaktion hier einfach mal 30 Meter weit wegzulaufen, wenn sie da Schleim unter der Klamotte sieht. Also das haut für mich nicht hin. Das ist auch so eine gekünstelte Szene, die nur dafür da ist, damit hier gleich was Blödes passiert und Nurse Chapel nicht dabei sein muss. Ja. Ja, ich muss was holen. Was dann getelegrabt wird, ja, sehe ich auch so. Und ich finde auch, ich fand es halt auch unlogisch, wenn man schon weiß, die Gorn vermehren sich halt über diese Vermehrung in Wirten, dass dann da keine befaffnete Nase daneben stand. Ja. Also da war einfach niemand da, der da hätte sich drum kümmern können. Ich weiß nicht. Also, ja, genau. Und das, was Arne gesagt hat, natürlich auch, weil in dem Moment weißt du halt einfach nicht, ist das jetzt reguläres Verhalten oder nicht. Das kann da Arne vielleicht noch sagen, warum die dann nicht da ist, checke ich halt auch nicht. Aber ja, genau. meine Frage ist, dass Chaplin weggeht. Ja, natürlich. Wir erinnern uns an Gandalf, der mal eben kurz nach Minas Tigrit muss, also weil hier wichtig was lesen und so. Und ich komme später wieder, liebe Hoppice, von mir aus. Wenn denen das aber so fishy vorkommt, wo wir doch wissen, wie ihr richtig sagt, wie das mit den Gorn ist, warum wird denn jetzt um das Biobett nicht mal eben kurz so ein lustiges Kraftfeld aufgebaut? Das ist es. Ich meine, dass wir nicht so viele Bewaffnete da haben, haben wir gesagt, wir sind da diese zehn Hanseln. Genau, du hast vollkommen recht. Warum sitzt der nicht auf dem Biobett, wo Chaplin sich nachher einschließt? Absolut. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass in der letzten Folge unser lieber Doktor auf seinem Tisch, wo er da irgendwas zusammen hat, plötzlich ein kleines Kraftfeld auftaucht. Ja. Dass Chaplin gleich sich rettet. Da kommt ein riesengroßes, dass man dieses Biobett, wo ein Patient, eine Patientin liegt, dass man da nicht einfach von jetzt auf. Ja, aber wir sind ja in unserem Trash Horror Film. Ja, wir ziehen das auch wirklich in die Länge, dass da die kleinen Viecher rauskommen. Natürlich, es geht hier nicht um Red Shirts, aber um Blue und Yellow Shirt, wie wir gleich lernen werden. Denn Ensign Chia wird hier geopfert. Kein Red Shirt, sie hat ein blaues Shirt an, aber leider ist sie vorgestellt worden. Damit war schon im Nachhinein, hätte man sagen können, na fast klar, sie wird es nicht überlegen. Star Trek Standard. Sehr ärgerlich. Da kommen jede Menge kleine Viechers raus. Auch hier, das ist noch wieder so Alien-mäßig. Man sieht es nicht so richtig. Irgend so ein weißes Glibberteil, das ganz, ganz schnell kommt, kommt da raus. Mehrfach fiese. Ja, und auch von der Form. Also deswegen, ich fand es mega Alien. Und dann natürlich auch dieses Krasse, dass das aus dem, das schlüpfende, das erste Tier wird von dem zweiten schlüpfenden Tier erst mal gefressen. Das ist so die Endstufe von Aggression. Das ist so. Das finde ich wiederum schön. Merkt euch mal, wie diese Viecher hier aus diesem Backel rauskommen und wie fit die sind in dem Moment, wo er da am Sterben ist. Ja. Das wird später noch wichtig für meine Argumentation. Okay, kommen wir drauf. Also die sind sehr aktiv. Wobei ich einen Einwurf nochmal sagen wollte, also man denkt, dass das halt so nur komplett ausgedacht ist, aber wenn man sich zum Beispiel mal den Lebenszyklus des Kuckucks anguckt, sieht das ja eigentlich tatsächlich ähnlich aus. Also der Kuckuck legt ja quasi seine Eier in die Nester fremder Vögel und sobald das Kuckuck dann hier dann geschlüpft ist, schmeißt es halt aktiv die anderen Vögel aus dem Nest. Also das ist auch ziemlich übel. Also am besten gar nicht nachgucken, weil sonst denkt man beim Kuckuck jedes Mal, wenn man hört so, boah, volles Horrortier. Aber das ist ja bei allen Vögeln so. Es gibt ja, bei YouTube gibt es ja diverse Leute, die zum Beispiel einfach in so ein Vogelhäuschen so eine Kamera reinschmeißen und sich das dann angucken, was da drin passiert. Und dann stellst du halt fest, okay, da sind sechs Eier drin, von denen schlüpfen sechs Viecher so. Und dann gibt es halt das eine, was den anderen immer grundsätzlich das Essen wegklaut und die dann irgendwann auch nicht mehr da sind, die anderen so. Ja, das siehst du dann auf dem Video nicht, weil das dann geschickterweise rausgeschnitten worden ist. Aber ich meine, da stecken auch Proteine drin so. Ja, Überleben des Stärksten, das ist in der Natur so. Ja. Und dann gibt es halt nur ein Eulenbaby. Und das ist aber niedlich. Ja, genau. Ja. Jetzt kommt das, was wir schon gerade gesagt haben. Nurse Chapel erinnert sich, oh, wir haben ja so was wie ganz lustige Kraftfelder, schütze ich mich doch mal. Währenddessen, wir sind ja in unserem Horrorfilm, sehen wir Nurse Chapel wie im Predator-Film so ein bisschen. Wir haben eine ganz lustige Kameraansicht. Das fand ich cool, ja. Ja. Hat mir gefallen. Aber gut, ich stelle das nicht in Frage. Naja, das ist doch schon so ein bisschen Reptilien-artig, das Gornviech. Vielleicht hat das auch noch so ein bisschen Insektuide. Auf der anderen Seite, wir haben viele Vielecke, dass hier das Schutzschild um Nurse Chapel hat auch mehr, ich glaube, Sechsecke oder so. Warum nicht? Mochten die Designer dort. Genau. Jetzt kommt noch mal hier diese Auflösung von Lieutenant Duke, der ja hier erste Ausmission und hat sich fast den Arm abgerissen. Aha, wir sind so lustig. Ja, wenn es nur das wäre, weil er ist das nächste Opfer. Das nächste Redshirt wird nämlich von, aus der gleichen Sicht übrigens, die wir gerade gesehen haben, von so einem kleinen, süßen, schnuckeligen Gorn gepackt, aber auch weggezogen. Ja, krass. Wie geht das denn? Also, das Ding ist nicht mal handgroß und zieht ihn weg. Was sind das denn bitte für krasse Viecher? Ja, nicht nur das, sondern was ist das auch für ein komisches Verhalten? Bei der Chia, da ist sie einfach da durchgesprungen und dann war sie halt tot. Warum zieht der den hier weg? Das ist doch auch nur so ein, ich weiß nicht, wir müssen mal irgendwas anderes machen und wir müssen Spock so ein bisschen Horror-Vibes geben, darum ziehen wir den jetzt mal weg. Also allein gewichtsmäßig klappt das nicht, es sei denn der Supermagnetfüße der Gorn. Ich hab mir da aber zurechtgelegt, dass direkt nach dem Schlüpfen das noch nicht möglich ist, war Hauptsache erstmal alles, was um mich herum ist, ist es töten, damit ich überlebe, weil das kommt ja noch, dass die Gorn-Kinder sich gegenseitig platt machen, also erstmal Porsche alle, bis der Schlauste und der Stärkste übrig bleiben und die machen sich dann auch nochmal platt, also am Ende bleibt sowieso nur das ein Viech übrig, ein Alpha. Und jetzt sind ja 43 Sekunden vielleicht vergangen, jetzt sind die ja schon extrem, haben die sich weiterentwickelt, wir werden ja noch sehen, wie schnell die sich entwickeln und jetzt sagt er sich, jetzt hab ich mal Hunger, weil eben ging das ja noch nicht für 43 Sekunden, aber jetzt ja, jetzt bräuchte ich was, damit ich noch größer. Kann man sich auch schön reden, ja, weiß ich nicht. Ich bleib, also, das ist jetzt die Erklärgeschichte, also ich glaube tendenziell eher, das ist das, was Arne gerade sagte, wir wollen mal was anderes zeigen und dass Spock jetzt doch mehr diese menschliche Seite in sich getriggert bekommt, oh, was ist denn hier los, alles blöd, Zorn. Das ist nicht die menschliche Seite, ich weiß nicht, warum du das immer sagst, das ist seine vulkanische, unterdrückte Seite. Ich glaube, das ist ja beides Spock, das ist ja ein und dasselbe, er hat nicht irgendwie menschliche Wut und vulkanische Wut, aber ich glaube, dass die. Aber das Unterdrücken ist vulkanisch und auch diese sehr, sehr, sehr viel krassere Wut, die er dann ja später so doll zeigt, dass Pike sagt, hm, es hört sich an, als wären da zwei Tiere. Das ist schon. Aber ich glaube, seine, seine, das, worauf Nössl, 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 Nössl anspielt, ist dann doch die in ihm verankerte Menschlichkeit, mit der er in der Lage ist, zumindest einen Teil dieser Gefühle in Check zu halten. Also ich glaube, es sind so, ja, aber gleichzeitig die stärkeren Emotionen würde ich auch zum Beispiel in dem Vulkan ja zuschreiben, aber ihm stehen sozusagen andere Mechanismen auch damit umzugehen noch zur Verfügung als nur dem Vulkan ja. Dem Vulkan ja bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich muss das irgendwie hier mit Logik und Meditation unterdrücken oder ich werde halt in und wieder mal wild. Seine menschliche Natur gibt ihm halt die Möglichkeit, da eben auch, ne, so innerlich so ein Stück zurückzugehen oder was auch immer, verschiedene Leute managen das ja verschieden. manche behalten sich durchaus ja auch wie die Vulkaner und manche haben halt kaum Emotionen, die man überhaupt bemerkt. Ich stelle jetzt meine Theorie auf. Ich glaube, wäre Spock, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nicht, also nur Vulkan ja, ich möchte nicht dieses, dieses doofe Wort benutzen, als das ein nur Vulkan ja ist. Wer hätte, wer hätte ja nicht noch einen menschlichen Anteil? Dann würde ich jetzt mal sagen, würde die komplette Situation vulkanisch und logisch abarbeiten. Da er aber menschliche Anteile hat, menschliche Gefühle, also auch menschliche Gefühle als Anteile, werden die durch diese Situation mehr getriggert, die dann wiederum diese vulkanische Stoigkeit und die Kontrolle heruntersetzen, weswegen er dann nachher zum zweiten Gorn wird. Das meine ich so ein bisschen, wenn ich sage, dieses Vulkanische als Menschliche. Das sind so die Teile, die ich hier ansprechen will. Genau. Wir gehen zu was haben wir jetzt gerade gesagt? Nörsel zurück. Zu Nörsel. Und jetzt muss ich sagen, es ist das erste Mal, dass ich denke, was machst du da jetzt? Es geht mir nicht darum, dass Nörsel hier total ängstlich ist. Natürlich ist er etwas gesehen, was noch nie jemand gesehen hat. Das ist ganz schlimm. Aber ich mache mal einen ganz kleinen Spoiler ein bisschen weiter hinaus. Das machen wir normalerweise nicht. Aber Nörsel ist ja eine Kriegsveteranin. Chappell? Ja, das wussten sie hier noch nicht. Das sieht man so eindeutig, dass sie das hier noch nicht wussten, was sie aus ihr noch schreiben werden. Deswegen das Verhalten, was sie hier an den Tag legt, das passt so gar nicht zu dem, was später über sie bekannt wird. Genau. Ich wollte es nur einmal sagen. Also sie ist ja hier sehr, sehr ängstlich. Das ist einmal, wo ich sage, das ist schwer für mich, weil ich, liebe Hörerinnen, ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich Strange New World schon weitergeguckt. Es passt nicht zu dem von dieser Person, die wir schon kennen. Also die wird noch ein bisschen tougher für diejenigen, es tut mir leid, die es noch nicht gesehen haben, aber das ist auch egal. Aber sie meint jetzt, ich gehe hier mal runter und ich mache dieses komische, lustige Kraftfeld aus. Und das verstehe ich nicht. Wenn sie hier diese Figur noch aufgebaut haben als eine Pflegekraft, die noch von, also zumindest höchstwahrscheinlich hier noch nicht Kriegsveteratrin ist, die Angst hat, macht sie dieses schützende Schutzschild ab und wackelt rum. Auf der anderen Seite finde ich das auch total heldenhaft, weil sie will ja zu Orianna und sie schützen. Ich weiß es nicht, es passt irgendwo nicht zurück. Auf der anderen Seite finde ich es total cool. Aber es ist gefährlich, das muss man einfach so sagen. Also wir wissen ja nicht, wie viel von den Viechern sind jetzt noch da und es ist gefährlich. Also auch wenn das schon wieder ein Spoiler ist, Nurse Chapel hat ja vorher auch noch niemals Gorn gesehen. Also möglicherweise ist das hier einfach erschreckender und schockierender für sie. Ich versuche das mal wieder ein bisschen schön zu reden und sie möchte ja auch einfach, das ist ja ihre andere Kehrseite, sie will ihr einfach helfen. Das liegt ihr im Blut, das macht sie halt den ganzen Tag, weil sie das für richtig hält und deswegen will sie jetzt auch zu Orianna, um ihr zu helfen. Nochmal ein kleiner Spoiler, also ich habe Gorn jetzt schon gesehen, sogar mehrere verschiedene Arten von Gorn und ich hätte auch Angst. Ja. Bleibt so, also das ist schon völlig in Ordnung. Es ist wie gesagt, dadurch, dass sie sie nochmal verändert haben zur zweiten Staffel, dann war es so ein bisschen, wo ich dachte, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig fassen. Auch hier wieder stört mich persönlich nicht. Glücklicherweise wird es gleich alles ein bisschen entspannter, denn La'an kommt rein. Und das ist immer der Moment normalerweise, in den Nurse Chapel entspannt sich jetzt, Gott sei Dank, so und das ist immer der Moment, wo jetzt La'an einfach umgebracht wird. So, die heldenhafte, beschützende Figur jetzt plötzlich umgebracht wird. Ja, aber das können sie hier nicht machen. Nein, das kann nicht sein, weil sie zu viel weiß. Sie ist bis jetzt immer Erklär-Berlan gewesen. Sie hat immer unsere Informationen gemacht, weil sie alles weiß. Deswegen konnten sie sie hier nicht umbringen. Das geht nicht. Sie muss uns noch erzählen, pass mal auf, hier das mit dem Alpha und das nur zwei übrig bleiben, die dann zusammen sich kloppen, damit sie Alpha werden. Außerdem muss sie ja nachher auch sagen, wir machen sie alle platt. Und sie hat ja auch die Ideen nachher. Also das ging nicht. Aber du hast recht, ja, normalerweise würde jetzt definitiv die Lead-Person würde jetzt getötet werden und dann kommt dann der, die letzte Überlebende und würde übernehmen. Ja, ist so. Ja, da drückt dann jemand den Lead-Person-Knopf. Genau. Ja, geht los. Nürsel wird bewaffnet. Ich glaube, jetzt heißt es so. Ja, die heißt jetzt so. Ich schreibe mir das nachher auch nochmal auf. Ja, genau. Laan, ganz schlau, sagt sich, hier, pass mal auf, das hat vorhin schon gut funktioniert. Oriana, die wird da sein, wo sie vorher war. Ist auch so, denn das ist wohl der kälteste Ort auf, ich wollte schon wieder sagen, die Enterprise, weil das ist auf der Peregrine. Das ist offensichtlich nicht die Enterprise. Die Kamera wird hier immer so 15 Grad schief gehalten. Das kann gar nicht die Enterprise. Die haben auch gar kein Licht da drin. Die Enterprise ist viel heller. Das stimmt. Wir haben ja auch alles viel blauer. Das ist eher so eine Goss-Ausgabe. Außerdem ist die auch sauber, die Enterprise. Da kann man ja jetzt hier nicht die ganze Blutkram und so. Das gibt es ja gar nicht da. Wie konnte ich nur? Ihr habt ja vollkommen recht. offensichtlich. Ja. Bitte? Hier wird jetzt noch mal so ein bisschen Bonding gemacht zwischen Oriana und Laan. Und Laan sagt, ja, also im Prinzip das, was der Doktor vorhin schon einmal gesagt hat, du musst dich um sie kümmern, kapiert sie jetzt auch. Und Oriana guckt sie an. Ja, du hast recht. Okay, also ja, ich pass, du darfst auf mich aufpassen. Es ist alles schön und alles ganz toll. Ja, Und sie, also ich, ich habe keine Ahnung, wie hier Christina Chong als Kind aussah, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diesem Mädchen sehr, sehr ähnlich war. Das könnten wir jetzt nachgucken, aber das wäre ein Live-Googeln, weil wir haben Laan schon als Kind gesehen in der Folge, wo Naja, die gleich wieder aufgegriffen wird hier. Also wir sehen ja einen ganz kurzen Flashback von Laan, wo ihr Bruder zu ihr sagt, Run. Genau. Da wird das doch irgendwie gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, die tatsächliche Schauspielerin, deswegen sagt ich gerade Christina Chong. Ja, das kann natürlich sein. Weil mit den gleichen dunklen Augen und so, es passt schon. Ja, ich habe keine Ahnung, aber bestimmt. Genau. Auf jeden Fall ist es dieses Bonding. Wir gehen wieder in den Maschinenraum. Und ich mag es ja, die beiden zu sehen. Und ich finde das total toll, dass Uhura den beiden einen Teamnamen gegeben hat. Weil wir so gut zusammenarbeiten. Team Hamura. Ich habe das gefeiert. ich habe es gefeiert ohne Ende, dass sie, ja, ich weiß nicht, ob, er sagt dazu nichts, er guckt nicht abwerten, also er hat es einfach mal akzeptiert, finde ich total super, hat mich echt gefreut. Ja, das muss man auch machen. Alle, alle, mehr Personen, Namen, Benamensungen, die haben ja so einen Teamnamen. Deswegen haben wir natürlich auch einen. So, wir sind natürlich Frani-Jahren. Das weiß man ja. das ist ganz, das ist ganz lustig. Ich habe früher, bevor ich Kinder bekommen habe, mit, 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 mit meiner besseren Hälfte, würde ich sagen, wobei, sie, mit Sarah sehr viel Geocaching gemacht. Und dann haben wir irgendwann überlegt, wie nennen wir uns denn da? Genau, was du sagst, Sanemihu, Sanimihu haben wir uns genannt. Haben das jetzt umbenannt. Sani-Sophie ist noch viel besser, weil die Kinder natürlich jetzt mitmachen sollen. Ich bin da bei dir, solche Teamnamen sind total cool. Und genau eben jenes Team hat total gut gearbeitet. Alles funktioniert wieder. Energie ist da. Supi, wären die Gorn nicht da. Ja. Die scheinen auch da rumzulaufen. Alle sind total irritiert. Am meisten irritiert ist Mr. Kirk. Der wird immer unruhiger. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt an seinem Bart. Ich stelle das jetzt einfach mal nur so als Theorie hier hin, dass das bestimmt daran liegt, weswegen er total unruhig wird. Und dass das nicht die Gorn sind. Ja. Schön ist es, dass jetzt Pike wieder mit allen sprechen kann. Sagt hier, wir sollten uns mal wieder zusammentun. Denn, wie wir ja schon festgestellt haben, sich eigentlich auseinander zu dividieren in einem Horrorfilm, ist total blöd. Das haben wir schon in Scream gelernt. Aber es ist zu spät. Denn die Gorn haben sich vergrößert. Und es ist ja nicht viel Zeit verzogen. Also ihr guckt euch das mal an. 20 Minuten oder so, ja. Ja, wenn überhaupt. Man kann das sehen, so bei 33, 40 um und bei. Da sind wir im lustigen Maschinenraum, also bei Team Hemhura. Und da ist halt so ein Tier. Viech Gorn. Und das ist schon echt groß geworden. Also La'an erzählt uns später, ja, die fangen sich an zu häuten. Aber Halleluja. Halleluja. Wie schnell und wie häufig hat sich das Viech denn bitte gehäutet, dass es so groß geworden ist. Ja. Wow. Das hat sich einfach aufgepumpt, weißt du. Die Gorn, die sind eigentlich so, die kommen quasi, wenn sie rauskommt, sind sie so komplett zusammengedrückt. Ja. Und große Teile ihres Körpers fühlen sich einfach mit Luft. Weißt du, so wie bei Vögeln auch. Da, ja. Das ist einfach mehrheitlich Luft. Die sind eigentlich gar nicht in Wahrheit so gewachsen. Die Gliedmaßen sind auch so zusammengeklebt so. Und die, die werden dann so ausgeklappt, weißt du. Und dann werden auch wieder Luftballons. Nee, fand ich auch unlogisch. Also hat mir ja auch nicht so gefallen. Also ich meine, klar, man kann sich natürlich irgendwas ausdenken, dass die halt schon irgendwie drastisch schneller wachsen, aber 20 Minuten. Also ich finde, dann hätten sie hier ein ganz bisschen mehr diese Trennung, die wir ja von der Crew jetzt haben, von der Enterprise nutzen können und sagen können, die pennen da auch noch ein, zwei Nächte. Die müssen irgendwo ein bisschen ausharren. Dass man vielleicht auch in den Ruhephasen, weil die Handlung hat ja trotz allem auch Ruhephasen, die macht man dann gefühlt noch ein bisschen länger. Und dann haben die Viecher zumindest einen Tag oder zwei oder so. Aber so 20 Minuten, also da fällt mir keine chemische Reaktion rein, außer die müssten also wirklich drastisch heiß sein. Und ja, sie mögen auch Wärme und so weiter, aber dann müsste man sich wieder andere Dinge überlegen, dass das überhaupt chemisch Sinn ergibt, dass da also solche Wachstumsprozesse dann angestoßen werden könnten. Also ja, nicht mein Ding. Das ist das, was du gerade gesagt hast, das ist so einer meiner größten Kritikpunkte, dass man genau das nicht gemacht hat. Lass sie doch da mal eine Nacht pennen. Zeig es doch einfach. Oder, genau, das sind ein Pennen auf jeden Fall. Oder man hätte sagen sollen, hey, das war nämlich tatsächlich eine Sache, die ich die ganze Zeit erwartet habe. Ich habe halt erwartet, dass es noch so ein Ding gibt, wie, sobald sie das Schiff anmachen, kriegt irgendwie noch eine Horde etwas größerer Gorns, die einfach irgendwo draußen sind, nochmal mit, jetzt ist die Falle zugeschnappt. Jetzt kommt die zurück. Und dann sind die Kleinen in Anführungsstrichen gar nicht mehr so das Issue. Die kriegst du sozusagen aus dem Weg geräumt, aber du hast dann noch drei Mittelalte, die halt da quasi schon jeweils aus ihrem Wurf die Dominanz gewonnen haben und jetzt kooperieren. Und das ist sozusagen das Upgrade der Schwierigkeit auch, die du halt auch brauchst in so einem Horrorfilm. Aber dass das jetzt dieselben Identities sind, hat für mich irgendwie nicht so Sinn ergeben. Da hätte ich es eher irgendwie cooler gefunden, wenn die von mir ist, die können ja auch losrennen und wissen einfach, die müssen da jetzt die informieren oder so. Und dann hast du sozusagen den kleinen Gorn, der dann auf dem Großen sitzt und zusammen sind sie dann so teammäßig unterwegs. Also weiß ich nicht, das wäre so, das hätte ich eher gekauft. Ja. Eine Sache muss ich nur dazu sagen, also wenn es ein großer Gorn wäre, dann würden sie ja das, was Laan hier immer versucht aufzubauen oder, also das ist ja aus ihrer Sicht so, aber versuchen sie für uns als Zuschauerinnen ja so aufzubauen. ein einzelner Erwachsener Gorn ist eine Übermacht. Ja. Und das ist ganz klar, deswegen konnten sie uns hier keinen Erwachsenen Gorn zeigen. Aber ja, wie gesagt, so Mitteljunge, da gibt es genug Möglichkeiten, was man hätte machen können, um das einfach so ein bisschen da die mehr Zeit zu machen. Ja. Wir zeigen auch gleich. Ich meine, in dem Tempo ist der auch in 30 Minuten erwachsen. Und in 40 Minuten ist der ein alter Typ. Ja. Ja. Das ist, aber das sind hier unsere Unkonsistenzen. Wir hatten jetzt irgendwie gehört, die Orioner am Anfang, ne, das hat da irgendwie ein paar Wochen gedauert. Bei Buckley wissen wir es nicht, aber das ging ja auch von, hey, mir geht es gut und ich schieße euch ab, weil ich will euch hier ja auch gerne. Bei den Menschen angeblich Tage. Ja, Tage angeblich. Und bei... Bei Hämmer irgendwie in 10 Minuten ungefähr. 13 Minuten jetzt gleich. 20. Spoiler. Weil das ist ja auch in dieser Szene, dass er angespuckt wird. Und in dem Moment wusste ich, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, das macht ihr jetzt nicht. Ja. Aber ich wusste, sie werden es machen. Und ich war pisst. Ah, und sorry, also dazu auch noch einen Satz. Ja. Ja, okay, die sind jetzt noch ganz jung, aber sie können sich schon vermehren. Ah ja, klar. Die sind praktisch geschlechtsreif mit der Geburt. Fand ich auch so. Ja, nee. Wobei es im Tierreich, es gibt Tierreich, gibt es Tiere, die sich wirklich sehr, sehr zügig nach der Geburt eigentlich schon fortpflanzen könnten. Aber ja, ich bin da auch bei dir. Es ist zu viel. Also nicht in 5 Minuten oder nach 10. Ja, ich weiß nicht. Oder man muss es erklären, weißt du, dass man sagt, hey, die sind halt so krass drauf, die haben noch Eier aus ihrem eigenen, ne, dass sie die dabei haben und noch verspucken. Also, dass man sich noch irgendwie irgendeine krasse Extrawurst noch überlegt. Ja, das hätte ich auch noch gekauft. Ich finde es ja schön, dass man irgendwie schon so sagt, okay, wir bauen jetzt hier für Strange New Worlds auch mal so eine neue Nemesis auf, weil das haben die hier noch nicht, dass man da mal was hat. So wie die Klingonen bei TOS oder die Romulaner bei TOS, die Borg bei TNG und die Ferengi bei TNG und solche Sachen, das nur Mini-Plat. Ja. Ja, hallo Maxian und so. Ich habe mit übergesprochen. Ja. Ich finde das toll. Und die höhergestellten Offiziere bei Lower Decks nicht zu vergessen. Oh ja, richtig. Aber das ist schon fast too much. Aber wie dem auch sei, natürlich wird Team Hamhura gerettet durch La'an und ich habe es jetzt vergessen. Wir wollten mit Chapel nennen. Ah, ich muss mal aufschreiben. Nörsel. Nörsel, danke. Nörsel. Ich bin total durch den Wind jetzt durch die ganzen Gorn-Geschichten hier. Jetzt kommt wieder so eine lustige Szene zwischen Spock und Mbenga, wo sie uns wieder ganz viel, entschuldigt mir den Aufzug, Bullshit zu den Gorn erzählen wollen. Viele Sachen kaufe ich ja auch, aber die sind unsichtbar, weil hier ist genetisch und das ist so, weil das sind die und genetisches Chameleon und deswegen konnte ich sie in Buckley nicht sehen. Mhm. Es wird hier echt ganz viel so gebogen, damit das in diesen Trash-Horror-Film reinpasst, woraus wir uns denn die Gorn am Ende rausnehmen. Ja. Also das knarzt ganz ordentlich, obwohl sie es ja versuchen nett hinzupacken. Aber ui, 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 ui. Nein. Meine Güte. Na zumindest haben wir dann eigentlich alle am Ende wieder zusammen. Was ja schon mal so schön ist. Also ich muss da ja mal eben reinhaken, wenn diese, die spucken und dadurch pflanzen sie sich fort in anderen Lebewesen. Ja. Die Gorn stammen doch bestimmt von irgendeinem Planeten. Gorn Prime. Was genau haben die auf diesem Planeten angestellt, um überhaupt länger als eine Viertelstunde zu überleben, als Spezies? Das funktioniert vorne und hinten nicht das Konzept. Das ist... Die sind einfach alle mega hostile und haben halt die anderen Tiere, die da leben, die haben halt irgendwelche krassen, mega heftigen, fetten Platten. Da musst du irgendwie eine Woche dran rumbeißen, um da irgendwie durchzukommen. Okay. Die Gorns, die mega Aggressivität bezieht sich vielleicht auch wirklich erstmal nur auf den Wurf. Und danach versuchen sie dann doch zu kooperieren, sonst hätten sie auch irgendwie gar nicht Spacefaring werden können. Genau. Ja, aber ich finde auch, aber ich gebe dir recht, ja, also irgendwie da so ein bisschen mehr Lore, also ich hoffe, dass da noch mehr kommt, ja, weil zum Beispiel nur das, was wir uns jetzt schon ad hoc überlegt haben, macht die für mich schon plausibler, ne, plus die vielleicht Einschränkung, wie wir sagen, naja, vielleicht muss man auch nicht 20 Minuten, sondern macht ein paar Tage draus oder man erklärt es wenigstens, entweder mit Bullshit-Bingo oder versucht zumindest sich grob zu überlegen, okay, auf welcher, weiß ich nicht, organischen oder in einer organischen Basis können die basieren, Körpertemperatur 500 Grad und ist die, ist die Geschwindigkeit der Chemie im Körper halt so und so und deswegen funktioniert das mit dem Wachsen oder das, was ich spaßenshalber mit dem eingeklappt, also dass man so ein ganz bisschen die aufbaut, weil im Moment fühlt es sich wirklich einfach wie ein Abklatsch von Alien und Predator an, so und das finde ich nicht so, nicht so schön, also ich hab mal, bisher ist mein Gefühl, dass Star Trek sich eigentlich immer ein ganz bisschen doch um seine Villains auch gekümmert hat und das ist hier noch ein bisschen wenig, so, also ja, ich hoffe da kommt noch ein bisschen was, um genau das zu erklären, was Arne gerade gesagt hat, wie sollen die überhaupt überlebt haben, also ich meine, ja. Ich glaube, also das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt, das kann eigentlich nur so sein, dass, ich glaube Frank hat das gerade gesagt, das ist so eine Zentrierung auf den Wurf an sich, die machen sich platt, da kommt ein Alpha heraus, so wie Laan das nennt und alle Alphas aus den verschiedenen, wie heißt das, Würfen, die bauen dann sozusagen die Population auf, die sind dann die Korn. Die gehen dann zusammen Tee trinken und haben so eine funktionierende Landschaftwirtschaft und so und schärfen sich gegenseitig die Zähne. Ja, die erzählen sich, ey, weißt du, ich hab die alle einfach zehn Minuten platt gemacht, so lange, Alter, ich hab nur fünf Minuten gebraucht, so ein krasser Typ, ey, geil. Ich hab den Weg genagt, da war ich noch gar nicht geschlüpft, Digga. Ja, genau. Den hab ich gemacht, ne? In der Spucke, du. Genau so. ja, keine Ahnung, nur über die halt reden, ne? Ja, genau, da wird dann irgendwie ganz komisch miteinander geredet. Sympathieträger. Aber komisch miteinander wird auch geredet unter unseren HeldInnen, denn, wir haben sie jetzt ja wieder alle zusammen und das ist ja noch ein bisschen blöde Situation, das Ganze und wie ich ja schon gesagt habe, der liebe Herr Kirk, der ist so ein bisschen genervt und jetzt nervt ihn Spock so richtig an. Da hatte ich so ein bisschen McCoy-Vibes, der, also, der liebe Kirk beschimpft hier Spock ja als spitzohrigen Computer und da hab ich eigentlich Leonard Nimoy, ne, Quatsch, nicht Leonard Nimoy, doch eigentlich Leonard Nimoy und den lieben Pille da stehen sehen, die sich da so ein bisschen beschimpfen in den 60er Jahren. Aber das ist nicht so lustig, weil dieser Kirk echt, der ist wirklich aggressiv, was ja auch dazu führt, dass Pike hier einmal ein wirkliches Machtwort sprechen muss. Jetzt ist aber, ja, ja, weil das hat hier jetzt nichts zu suchen. Also verständlich, dass wir alle Angst haben, so nach dem Motto, aber jetzt müssen wir mal dazu sehen, dass wir das schaffen. Laan, sag mal was. Ja. Und jetzt, das fand ich wiederum ganz cool, es ist doch natürlich aufgrund ihrer Erfahrungen sehr laan zentriert, es passiert jetzt ja schon im Prinzip so ein bisschen in einem völlig anderen Setting, das was wir am Anfang der Folge hatten, da noch total lustig, wo sie das Omelette gegessen hat und Käse haben wollte, hat sie beim Essen auch schon erlegt, können wir doch machen, machen wir Multitasking und dies und das und jenes. Ist es jetzt so, dass sie in dieser Situation die taktische Analyse macht und nochmal erklärt, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, Alpha, einer überlebt und durch dieses, ja, sich gegenseitig Informationen zu werfen, unter der Führung von Laan wird ich gesagt, pass mal auf, wir müssen eigentlich die Viecher nur zu uns bringen, damit wir sie dann platt machen können. Ich fand das tatsächlich ganz clever, weil sie, sie zeigte ja durch ihre strategische Planung quasi einen Ausweg auf, weil diese beiden Viecher, die jetzt noch übrig bleiben, sehr, sehr, sehr feindselig gegeneinander sind und das ist natürlich ein Feature, was man nutzen könnte, um die dann möglicherweise gegeneinander aufzuhetzen und dann schmeißt man sie beide in einen Verbrennungsofen und dann sind sie beide halt weg, was man so macht. Ja. Genau. Und das ist jetzt im Prinzip das, was jetzt über die nächsten paar Minuten passiert und das würde ich schon fast sagen, wieder in so einer nahezu A-Team-artigen Montage, wo wir einfach Situationen haben, wo so ein bisschen erklärt wird, was passiert wird. Auf der anderen Seite wird es auch gleichzeitig gezeigt, dass wir die Temperatur runter machen. Es werden, ja, Arbeitsschritte gezeigt. Es wird mit Voice-Overs teilweise, teilweise mit Gesprächen zwischen den Figuren gezeigt, was gemacht werden soll, dass halt, ja, die Gorn hier und dahin gezogen werden sollen, gelockt werden sollen. Und das Ganze geht dann direkt über in die Ausführungen, nämlich dann in diesem Falle das erste Mal spielt dann Uhura das Opfer, das dann direkt den ersten Gorn, der auch schon mächtig groß wieder geworden ist, noch weiter, ich glaube, in den Transporterraum geleitet wird, wo sie dann die Temperatur runter setzen. Das muss man einmal ganz kurz gesagt haben für diejenigen, die es noch nicht bekommen haben. Die Gorn mögen die Temperatur, also die niedrige Temperatur nicht und deswegen nutzen sie jetzt halt die Umweltkontrollen an Bord. Und ich muss Arne einmal ganz kurz widersprechen, es sind zu diesem Zeitpunkt, wo sie noch entscheiden, was ist, sind es drei Gorn noch? Ah, okay, ja. Jetzt, nachdem Uhura den Gorn hinter sich her geschleift hat, sind es dann nur noch zwei. Genau. Aber jetzt nochmal so ein Ding, wenn wir das schon mit der Temperatur wissen, dann könnten die sich ja auch einfach alle in ein Zimmer begeben, machen halt die Umweltkontrollen aus, dann wird es halt überall knackend kalt, dann machen sie immer noch die Fenster auf, dann müssten die sich so ganz langsam rumbewegen oder sie lassen noch einen Raum genau warm, dann wissen sie, dass sie da drinnen sind und dann kommen sie von allen Seiten ran und machen bepp, 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 bepp. Also ich meine, ein bisschen machen sie es am Ende ja irgendwie auch so, aber dass es dann noch so ein Issue ist so. Aber wir haben noch 15 Minuten, Frank, und außerdem brauchen wir noch einen Showdown und so ein bisschen Action-Movie muss da ja auch noch ein. Ja, im Prinzip machen sie es ja auch so. Ja, ja. Also was so ein bisschen irritierend ist, also dieser Zwischenschritt, der jetzt kommt und die nächste Szene sozusagen, die erschließt sich mir in Teilen nur. Also ich verstehe, dass Spock jetzt gleich sagt, okay, ich lasse jetzt mal meine vulkanische Kontrolle los und dann kommt ja diese lustige Geschichte, oh, ich dachte, ich hätte Zweigorn gehört, wo Spock da schreienderweise irgendwo in die Belüftung da reinballert. Alles gut und schön. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt damit zu tun hat, dass die beiden Gorn, die jetzt noch übrig sind, in einem Raum sind. Das habe ich nicht verstanden, wie sie das gemacht haben. Das ging mir zu schnell, aber das passiert so. Und hier ist auch immer wieder zusammengekommen. Das haben sie einfach über diese Temperaturgeschichte gemacht. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Die wollten halt dahin, wo es wärmer ist, weil die mögen ja, keine Ahnung, 39,1 Grad, ich weiß nicht so genau. Und deswegen treffen die sich halt da, wo es wärmer ist. Ja, also verstehe ich schon, aber okay, muss man sich das irgendwie erklären, dass Spock jetzt den einen Gorn aufgescheucht hat? Dann haben sie irgendwo anders Bu gesagt und deswegen sind sie beide losgerannt in diesen Raum. Okay, kann man sich erklären, aber ja, ja, 39,1 Grad. Vielen lieben Dank, Arne. Jetzt hast du die grüne Farbe, die da ist, auch noch wirklich dazu. Was passt das hier? Sind das Borg Gorn? Super, vielen Dank. Wie dem auch sei, so weit sind wir noch nicht. Die beiden sind jetzt halt da drin und jetzt gibt es hier bumm, bumm, bumm und alles ist ganz schlimm. Also nicht bumm, 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 sondern bumm, 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 weil die beiden kloppen sich jetzt. Also der Plan hat bis hierhin schon mal ganz gut funktioniert. Genau. Muss man halt nur warten, bis ein Viech tot ist. Tun sie auch. Hier wird auch wieder viel, viel Zeit genommen, dass wir hier ein schönes Close-Up von Laan haben, die, wo man schon merkt, die wird gleich hier was zu laufen haben. Die wird hier gleich ganz wichtig. Und genau das passiert auch. Die rennt da rein und schmeißt ihre Waffe weg, stellt sich sozusagen den Gorn ihrer Nemesis und sagt, komm her, komm hinter mir her, komm doch. Und passiert auch ein großer Showdown, rennt in den Maschinenraum. Erstaunlich dafür, dass die Viecher so advanced und schnell sein sollen, was sie uns auch gezeigt haben, ist dieses Tier jetzt gar nicht so schnell, weil Laan kann sich retten, ist viel schneller am Laufen, springt in so ein komisches, ja, so eine Box rein, wo übrigens hier mal dieses komische assimilierte Kind auch drin gesessen hat. Und der liebe Hämmer, der in einem anderen vergleichbaren Box sitzt, ja, der drückt auf den Knopf und der letzte Gorn wird einfach mal mit, ich weiß nicht, flüssigem Stickstoff oder irgendeinem anderen Gedöns einfach schockgefrostet. Juhu, juhu. Bestimmt Viridium, weil das hatten sie gerade noch von dieser Akkuation. Ich weiß nicht warum, ich meine, das ist schön, die haben den letzten Korn auch noch platt gemacht, also dafür, dass sie dann so ein bisschen ein auf Ohr, alles so fies und so schnell, war das für mich ein Showdown, der ja irgendwie so ein bisschen zerplatzt ist, muss ich sagen. Da hatte ich mich schon mehr so rum erwartet. Ja, aber es ist zerplatzt. Also das wiederum, dass sie den Gorn zerschlägt, das ist ja nur folgerichtig, sie muss mal die Aggression rauslassen, die sie da hat. Das wiederum hat mir gefallen. Auch nicht schlimm, aber es war, ich hatte mit, ich weiß nicht, als Ben hinten muss irgendwas in die Luft fliegen oder so. Das ist nicht passiert. Also ich weiß nicht, um da richtig ins Horror-Genre reinzugehen, hat es mir ja auch ein bisschen gefehlt, dass, wie gesagt, Unvorhersehbarkeit, das ist sowieso ein Problem der Folge, aber man hätte jetzt ja wirklich irgendwann mal sagen können, wir haben uns doch geirrt. Also sie wiegen sich dann in Sicherheit, weil sie denken, okay, wir haben ja Wissen, jetzt sind das noch drei und in Wahrheit war ja doch noch irgendwo einer. Meinetwegen der andere Alpha aus dem anderen Wurf, der jetzt nur gewartet hat, bis der sich halt manifestiert als der neue Alpha und dann mit dem Zusammenhang loslegen will und dann erst sozusagen jetzt, weil das sich gar nicht ergibt, nochmal aktiv wird und irgendjemand nochmal beißt oder so, ja. Also mir hat da sozusagen nochmal so ein Spannungsbogen gefehlt, weil sowas so, naja, drei, zwei, eins, bon, Folge durch. Aber es ist ja auch, relativ typisch hier drin und das ist es, danke, dass du das sagst, Frank, sowas hat mir gefehlt. Wenn wir wieder zu Alien oder Aliens gehen, Ripley hätte jetzt dieses letzte Gornviech nochmal in die Augen geguckt, die hätten sich angeguckt, angezischt und hier ist Laan einfach nur weggelaufen. Also sie schreit das Viech ja auch an, aber da sind 26 Meter dazwischen. Irgend so was, so eine epische Szene nochmal. Ah, alles nicht schlimm. Genau. Ja, also wie gesagt, ich komme doch noch meinem Fazit zu, aber es ist ja nicht alles schlecht, ne, aber es ist so, das ist schon eine Folge, wo man mehr hätte noch machen können. Ich würde vor allen Dingen sagen, das hätte ich auch, das hätte ich auch gerne zu Anfang eigentlich gesagt schon, es ist einfach keine Folge, die man mehrfach gucken kann. Also wenn man die halt gesehen hat und am besten noch so bespricht wie wir, dann ist da halt ich, ja. Da habe ich einen ganz großartigen Tipp für dich, mach es so wie ich, ich hatte diese Folge insgesamt komplett vergessen. Es ist auch möglich, ja, genau. Mit Ausnahme vom Ende, das finde ich so ein bisschen mit Ausnahme vom Ende, da kommen wir gleich zu. Ja, genau. Aber das kommt ja eigentlich relativ direkt, denn Laan kommt ja raus, zerkloppt diesen Gorn und dann kommt Hammer aus seinem Versteck raus und da sieht man schon, ja, der ist auch schon am rummatschen und der ist völlig fertig. Also der ist wirklich innerhalb von 14 Minuten dann jetzt am Abkacken, Entschuldigung, am Sterben gewesen. Das ging nun wirklich schnell. Ja. Das ist alles nicht konsistent. Klar, sie haben uns das verkauft, ja, das kommt auf den Wirt drauf an, aber das finde ich schon wirklich echt krass schnell, dass die Enar angeblich jetzt hier innerhalb von 20 Minuten auf dem Status sind, dass die Gorn aus denen raushüpfen. Ja. Was ich wiederum aber schön finde, das ist jetzt sozusagen die Verabschiedung von Hammer. So traurig das ist und wie doof ich das finde, dass er gleich stirbt, ist das, finde ich das schön, dass man dieser Figur der möglich, die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, ich werde mich jetzt opfern, weil das ist irgendwo so ein bisschen konsistent und dass er bei vielen Personen, die dastehen, nochmal sozusagen eine Verabschiedung, einen Satz mitgibt, dass er Spock sagt, leben Sie lang und in Frieden, also auch da nochmal was Schönes mitgibt, dass er Uhura sagt, Uhura, seien Sie mutig, um auf die Leute zuzugehen, weil davor haben Sie Angst. Finde ich total toll. Da wird sich natürlich wieder sehr, sehr viel Zeit genommen für diese Szene, aber das stört mich nicht. Ich finde das total toll gemacht und Bruce Horak spielt das auch gut, nochmal hinter dieser massiven Maske, wie er das spielt. Und liebe Hörer, ihr kennt mich, das war wieder so eine Szene, wo ich emotional war. Also jetzt tatsächlich beim letzten Mal gucken, zur Vorbereitung auf diesen Podcast, war das natürlich ein bisschen Ärger darüber, weil ich weiß, dass der wird gleich weg sein. Der ist aus dem Drehbuch rausgeschrieben, aus der Serie rausgeschrieben, aber ich fand es trotzdem schön, wie sie ihn haben dann gehen lassen. Das hat mir wirklich gefallen. Auch die Reaktion der anderen Schauspielerinnen, das war schon schön, also ergreifend. Naja, schön. Es ist halt sehr theatralisch und es ist ein Wunder, also eine fantastische Landschaftsaufnahme in dem Moment, wo er dann tatsächlich rausfällt. Aber, und jetzt kommen wir wieder dahin zurück, was ich euch vorhin aufgetragen habe, euch zu merken, wenn er jetzt da irgendwo unten rumliegt, und meint ihr wirklich, dass die Gorn das nicht überlebt haben? Ja. Kann ich dir auch sagen, warum? Weil unten ist ja kalt. Aha. Das haben sie uns gesagt, das haben sie uns nämlich gesagt, da muss sich aus vielen Sachen was zusammensetzen. Und zwar sagte Mbenga relativ am Anfang, ja, ich gehe davon aus, also als sie noch wenig Informationen haben, dass die nach draußen gegangen sind und den Weg nicht zurückgefunden haben. Und wenn wir dennoch das nehmen, was Oriana gesagt hat, ich habe echt Probleme mit dem Namen, weil da auch ein Oriona dabei war. Aber sie sagte, sie sind nach draußen geflohen, die Gorn sind hinterher und deswegen gestorben. Das heißt, das Wetter da draußen ist zu kalt für die. Na gut, okay. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das deswegen, und er das weiß, Hämmer ist schlau. Also, das passt schon. Aber warum, warum legen sie dann nicht den Hämmer einfach auf Eis oder kühlen den zumindest so ab, wie die, nur ausgerechnet seine Spezies das ja auch abkann? Oder warum packen sie ihn nicht auch in so einen Puffer wie die Tochter von einem Benga? Oder warum wohnt er da nicht einfach und weiß ich nicht, bleibt halt in der niedrigen Temperatur da irgendwie rumhängen? Oder finden ihn nochmal wieder, wenn sie später ein Heilmittel haben, sodass er an irgendeiner Stelle gefunden werden kann? Also ja, ich sage mal so, ich hätte jetzt als Abgang für Hämmer dann doch irgendwie erwartet, dass, also entweder das ist wirklich definitiv, weil für mich fühlt sich das Ganze nicht definitiv an so. Ich habe irgendwie den Eindruck, die können da irgendwie nochmal zurückfliegen und dann ihn aus dem Eisblock schälen und dann einfach mit der neuen Future Tech dann die Eier da so rausholen und dann ist gut. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es ja auch so und es ist jetzt erstmal nur ein Goodbye Forever Time Temporär, also ich weiß nicht. Pass auf, mehrere Punkte, warum das, weswegen ich mir versuche zu erklären. Er sagt es selber, er kann sie noch nicht spüren, also von seinen Psy-Fähigkeiten noch nicht spüren, aber er sagt ganz klar, er kennt seinen Körper gut genug und das ist zu spät. Also ganz offensichtlich sind die wirklich in den Ernanen so schnell entwickelt, warum auch immer, weil das Drehbuch das sagt, es ist zu spät. Warum sie die nicht extrahieren, kann ich dir sagen und das ist natürlich nur eine Theorie von mir. Es gibt eine andere Gene Roddenberry Serie, wo eine Hauptfigur relativ lange mit irgendwelchen Eiern von einer bösen Spezies und die kommt mir jetzt in den Kopf, die hießen Magog-Eier rumgelaufen sind und das ist nämlich Andromeda gewesen und deswegen werden sie das nicht gemacht haben, weil das einfach zu sehr, also das ist sowieso, dass sie irgendwie Eier in einem anderen Körper, in einem Wirtskörper und dann sich auffressen. Das ist sehr wie diese Andromeda Serie. Deswegen glaube ich, haben sie das nicht gemacht und natürlich, weil, liebe HörerInnen, ihr könnt das nicht sehen, weil es normal ist, dass wir Hauptcast-Figuren im 21. Jahrhundert immer umbringen müssen, was total doof ist und in diesem Fall, aber ja, so traurig ich es finde, so ein bisschen konsistent ist, leider. Ich finde es nicht schön, das ist nicht toll. Ich habe es auch einmal gelesen, irgendwo, dass es einfach geplant war von Anfang an, Hammer ist einfach ein Season-1-Charakter, damit muss man halt einfach umgehen. Plus wir müssen ja irgendwie den Platz auch frei machen, weil wir wissen ja, dass spätestens zehn Jahre später irgend so ein komischer Schottel da rumläuft, ne? Mhm. I got him. Ist halt so. So traurig das ist. Und damit endet eigentlich die Story da unten. Wir haben nochmal einen schönen Shot, dass die Enterprise, die dann ja irgendwann wiederkommt, das zweite Enterprise-Schiff, das ja auf gar keinen Fall ein Enterprise ist. ja, ja, ich habe das schon verstanden, ist blau und so. Die Nicht-Enterprise. Die Nicht-Enterprise. Hinter sich her zieht, ist ein toller Shot, hat mir sehr gefallen. Ja, genau. Und dann kommt halt eine Beerdigung. Ich mag Beerdigung nicht, es ist immer so traurig, es wird auch hier nochmal klar gemacht. Wir haben hier zwei Sprecherinnen. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz, ich finde das Foto von Hammer unglücklich gewählt. Ja. Wenn euch das mal auffällt, das sieht irgendwie komisch aus oder hätte man ein anderes Foto nehmen können. Fand ich auch. Ich weiß es nicht, warum. Ob die Frisur anders war, ich weiß es nicht. Aber egal, auch wieder so ein, nicht immer ein Minuspunkt, das ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass da nur die wichtigsten Leute anwesend sind, wie zum Beispiel Oriana, die ja mit Emma, wie wir wissen, sehr, sehr lange und intensive Gespräche geführt. Ach nee, doch nicht. Ja, aber die ist ja bezahlt worden und sie hat eine Sprechrolle, also darf sie in dem Raum stehen. Okay. Ja, ich fand es auch spannend, dass gerade Erika jetzt was zu sagen hat als erstes. Also dass gleich Uhura nochmal was sagt, auch in dem Bereich, dass er für sie immer da war und sie unterstützt hat. Das passt vollkommen. Aber ich habe Erika jetzt, also natürlich, irgendwo arbeiten die zusammen, aber ich weiß nicht, warum sie was sagt. Es hätte genauso konsistent Laan sein können oder der Käpt'n. Aber vielleicht hat man auch gerade das nicht gemacht, weil der Käpt'n immer was sagt. Ja. Keine Ahnung. Es ist aber schön, dass sie halt da so ein bisschen auch da wieder der Rückschritt an den Anfang der Folge so ein bisschen was Lustiges sagen würde, so dass, weil sie behauptet ja, wenn er jetzt hier wäre, würde er mir sagen, ich soll die, die Maschinen nicht so treten und ich würde sagen, er ist ein blauer Gesammelkopf oder so ähnlich, was sie da sagt. Es ist so ein bisschen lustig, also halt nicht ganz, ganz trocken. Wir sehen zwischendurch, dass Spock immer noch Probleme hat, seine Wut zu kontrollieren. Er wird sich auch gleich verziehen aus dem Raum, weil er das einfach nicht aushalten kann, dass alle trauern. Natürlich kommt Nursal hinter ihm her und steht ihm bei und das finde ich total toll. Das kann auch nur sie sein, weil da ist ja, ich habe es ja gesagt, also da irgendwas ist zwischen den beiden und deswegen fühlt sie sich berufen, hinter ihrem Freund Spock herzulaufen. Obwohl er das gar nicht will, tut sie es trotzdem. So tun das gute Freundinnen. Und sie sagt ihm, hey, das ist völlig menschlich, was dir passiert und das ist auch gut so, dass es ist. Und guckt ihn dann mit den großen Augen an und ich glaube, nachdem sie ihn dann in den Arm genommen hat, ist das noch viel zu viel Emotion für ihn und dann geht er erst mal weg. Ja. Und dann kommt die letzte Szene dieser Folge und die habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich finde das jetzt irgendwie total interessant, dass La'an entscheidet, sie möchte Orianna jetzt irgendwie wieder zu ihrer Familie bringen und sie bittet jetzt, beurlaubt zu werden, weil das dauert ja Zeit. Warum machen die das hier? Weil im Normalfall, also falsch, Normalfall ist falsch, aber wenn man das jetzt sich vorstellen würde, dass Worf das machen wollen würde auf der Enterprise-D, dann wird er zu Jean-Luc gehen und sagen, ja, Captain, ich würde das gerne hier machen. Dann wird der Captain sagen, ja gut, alles klar, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und dann wird das Offscreen genauso passieren. Aber das, was hier passiert, sieht genauso, also Hammer ist jetzt ja tot, diese Figur ist raus. Das sieht für mich hier so ein bisschen aus, als wenn diese Figur aus der Geschichte rausgenommen wird, aber nicht so extrem wie Hammer. Also sie kann zurückkommen, aber ich meine, sie kommt ja sogar einen Schritt auf Pike zu, weil sie nennt ihn Chris. Und davor ist sie ja wirklich auch so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen, standardisierte Sicherheitsoffizierin, die, naja, also immer sehr Captain und Eye und Sir ist, also sehr militärisch. Und jetzt sagt sie, ich höre auf, ich bin weg und wir sehen uns und danke, dass sie immer für mich da waren, Chris. Und da dachte ich auch so, wow. Was machen sie daraus? Also wie gesagt, das ist eine offene Frage. Wir werden es höchstwahrscheinlich vielleicht hoffentlich sehen, weil es würde mich sehr, sehr traurig machen, wenn La'an weg wäre. Aber es hat mich schon verwundert. Für mich war das relativ klar beim Sehen dieser Szene. Ich meine, die Staffel hat zehn Folgen, das wusste ich. Zwischen Staffeln passieren immer Dinge mit Leuten. Und sie geben ihr hier quasi einen Grund, zwischen den Staffeln weg zu sein. In der nächsten Folge kann ja noch sonst was passieren, da ist sie halt noch nicht weg so. Und dann passiert irgendwas und dann gibt es irgendwie die zweite Staffel und dann erzählt sie von all ihren Abenteuern in Übersee und dann war sie in Paris und ah, war das alles schön und dann war das Orion, wo das Kind wegen des Namens schon alleine hin muss und so. Und da hat sie ganz viel zu erzählen und plötzlich ist sie ein anderer Mensch oder hat irgendwas Tolles gelernt oder hat irgendeine Fähigkeit entwickelt. Ich habe keine Ahnung. So eine Szene war das für mich. So eine Vorbereitungsszene für, okay, wir machen irgendwas anderes als dieser Figur, die ich jedenfalls auch aus den späteren Toss-Episoden nicht kenne. Ich weiß nicht, ob sie nochmal da auftaucht. Das ist richtig. Also ich fand es halt nur nochmal, also das ist halt, sie ist für mich halt eine klassische Sicherheitsoffizieren. Und dieser Schritt darauf, das macht es halt sehr, sehr persönlich zwischen den beiden. Und dann bin ich gespannt, wie sie das machen, wenn sie sie wieder bringen, wie sie das wieder machen und sie wieder dahin zu kommen. Weil das finde ich, das passt eigentlich nicht, dass die es plötzlich beide so hey yo, Big Daddy und Superkumpels ab. Weißt du? Ja. Also das Abwarten. Auch alles nicht schlimm. Ich finde das auch schön, wie er das, also wie Pike das aufnimmt, dass er das versteht. Und natürlich, das passt zu ihm, dass er sagt hier, ich kläre das mit der, mit der Sternflotte, geh du mal. Das passt. Und die letzte Szene, wo wir nämlich Pike von hinten sehen und er sich hier schön seinen Whisky reinschnasselt, ist eine ganz tolle Endszene, weil die einfach, das ist gar nicht die letzte Szene, Entschuldigung, aber das hätte so eine Endszene für eine Staffel sein können, weil die sehr ruhig ist und er so, oder darauf muss ich mir erstmal eingenehmigen. Ja. Es kommt tatsächlich noch eine letzte Szene, ich weiß auch gar nicht, ob die noch kommentiert wird, aber die zeigt uns einfach, die letzten oder mit die letzten Worte von Hämmer haben Früchte getragen. Uhura hat das Angebot von Captain Pike angenommen. Sie kommt wieder auf die Brücke und es wirkt ganz klar, weil man auch ihre Station sieht, sie wird da bleiben. Sie wird auf der Enterprise bleiben und das ist natürlich nur konsistent und das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir werden, Entsen Uhura ist sie noch immer, weiter sehen. Genau. Übrigens bin ich vorhin nicht darauf eingegangen. In ihrem Voice-Over, ich habe mir das Wort gemerkt, ganz am Anfang, da sieht man eine Szene, wo genau an dieser Station ein junger Sterbflottenoffizier von einer anderen Frau eingewiesen wird und quasi lernt, was sie lernt. Und das, finde ich, ist so ein schöner, eine Novelle, muss immer so anfangen, wie sie endet und das ist hier bei diesem Ding im Grunde auch so. Wir sehen halt schon wieder diese Station und jetzt wissen wir aber, es ist Uhuras Station. Der Kreuz schließt sich. Genau. Richtig, der Circle of Life. Ihr Lieben, bevor wir in unser bewertes Bewertungstrippel gehen, ich weiß nicht, ob das Bestandteil des Ganzen bei euch sein wird, ich habe ich nur ganz kurz eine Frage. Die Gorn sehen wir jetzt ja hier das erste Mal, also seit langer Zeit, wenn wir mal Tos mitnehmen. Und die sehen ja doch so ein bisschen anders aus als der Gorn, den wir gesehen haben, der in Arena mit dem lieben Kirk gekämpft hat. Hat euch das gestört, dass die anders aussehen oder ist das Teil eures Fazits? Ne, pass mal auf. Also, wie Frank vorhin eloquent dargelegt hat, pusten die sich ja auf. Der Gorn bei Kirk, der war ja offensichtlich voll aufgepustet, während die sich hier ja noch mehr oder minder so wie so ein Luftballon in der Plastikpackung waren. Und tatsächlich finde ich, von dem Weißen, was sie als Embryo-Alien-Wesen hatten, zu dem, was dann später der Gorn hatte, der dann tatsächlich gestorben worden wurde, ja, der sah dem tatsächlich ja schon ähnlich. Also, da ist eine Entwicklung in diese Richtung zu sehen. Deswegen hat es mich auch nicht wirklich gestört. Ich fand das tatsächlich relativ plausibel, dass die als Kinder, Babys, Jugendliche schon deutlich anders aussehen, solange sie sich halt in diese Richtung entwickeln. Und, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass die dann halt irgendwann in den X-Pumpen gehen und dann sind sie halt ein echter Gorn so. Also, okay. Frank, hast du da was irgendwie in deinem Kopf gehabt? Also, die veränderten Gorn? Ich kann mich da, kann mir nicht da gut mit dem arrangieren, was Arne gesagt hat. Also, ich hätte mir jetzt schon auch irgendwie gedacht, dass sie die Optik ein bisschen modernisieren. Der Gorn aus TOS ist ja schon echt sehr so Pappmaché-mäßig. so eine Art Mini-Dino T-Rex in Böse mit so ein bisschen Insektoiden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, so ungefähr. Und, ja, also mir hat die Darstellung trotzdem nicht so gefallen. Das habe ich ja schon gesagt, dass das mir zu nah an Alien dran ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Differenzierung noch gewünscht. Es gibt ja auch eine gewisse optische, also das Gesicht sieht natürlich anders aus von den Viechern, aber ist nicht mein Lieblingsdesign. Ich sage es mal so. Ja, haben sie halt so gemacht und müssen wir halt jetzt mit leben. Ich sage mal so, Optik ist eigentlich auch noch weniger wichtig, wie, was man vielleicht noch darüber lernt, was sie als Gegner spezifisch macht. Also ich finde zum Beispiel über die Borg, auch wenn die für mich am Ende ein bisschen totgeritten waren, haben wir halt viele Sachen gelernt. Da gab es viele interessante Facetten, die man also auch über verschiedene Serien konnte man denen halt neue Dinge zuschreiben. Und ich meine, die haben die jetzt auch erst eine Folge gesehen, deswegen fair enough, aber da hätte ich mir jetzt ein ganz bisschen trotzdem mehr noch gewünscht so. Vielleicht kriegen wir davon auch noch mehr. Also ich hoffe, dass so, weil im Moment kommen sie mir einfach echt vor wie so eine, ja, wie so eine billige Horrorfilm-Inkarnation. Das wäre ein bisschen wenig, um echter Nemesis zu sein. Genau, also ich bin da mal gespannt, was da noch kommt. Ich fand sie gut tatsächlich. Warum? Wenn ich so ganz grob noch im Hinterkopf habe, was die Gorn waren in Toss in den 60er Jahren, waren auch ganz fiese und wir wissen nicht viel und dann sind die da und kloppen sich so ein bisschen, weil die Gorn einfach kloppen und eine andere Spezies war da, die die halt in diese Arena geschmissen haben. Das hat damals reingepasst. Wir sind jetzt 60 Jahre später und man hat sich entschieden, in Strange New Worlds die Gorn zu einem wirklichen Nemesis aufzubauen. Finde ich es eigentlich gut und gerade wenn man sagt, okay, wir wollen die wirklich fiese machen, dass man die einfach umbaut. Das ist genauso wie die Brücke der Enterprise nicht mehr die Brücke ist, auf der William Shatner und Leonard Nimoy und die Forrest Kelly gestanden haben. Sie sagen uns ganz klar, das ist das gleiche Raumschiff, aber es ist nicht so. Natürlich, weil wir 55, 60 Jahre später sind. Und mich stört das nicht. Ich finde das einfach für das, was sie uns vorhaben, was sie uns zeigen wollen, finde ich schön. Ich bin da bei dir, Frank, das ist jetzt auch nicht mein liebstes Design. Das sind für mich so ein bisschen die Borg von früher. Ich hatte früher vor dem Borg Angst. Jetzt finde ich die Gorn irgendwie so ein bisschen fies und eklig, aber es passt für mich persönlich. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Ich wollte einfach da nochmal reinfragen, weil ich weiß noch, als das rauskam, war das im Fandom ganz, ganz groß diskutiert und so. Hier können wir natürlich auch nochmal an die HörerInnen gehen. Was haltet ihr von in Neuengorn? Schreibt uns das gerne. Wo ihr das machen könnt, erzähle ich euch später. Erstmal gehen wir ins Bewertungstrippel, denn die sechste Stunde ist gleich vorbei und dann wollen wir alle ins Bett gehen. Wir beginnen mit der Top-Szene. Lieber Frank, hast du eine Top-Szene für Nicht jeder Verirrte verliert sich? Ja, ich würde da die Szene sehen, wo Hämmer und Urur sich eben unterhalten und Hämmer eben sagt, dass sein Sinn eben das zu reparieren, reparieren, was kaputt ist, ist und damit so ein bisschen die Weichen legt für Uhura auch in diese Richtung zu denken, was ja am Ende sich dann nochmal wieder anders ergibt durch sein Ableben, aber das ist so die schönste Szene in der Folge für mich. Sehr, sehr schön. Ich habe auch drüber nachgedacht, Hämmer und Uhura zu nehmen, aber das ist alles in dem Bereich von dem, ich sag mal, Horrorfilm-Anteil und ich bin halt, also ich muss im Mut dafür sein, dass ich mir einen Horrorfilm angucke und das war jetzt hier immer wieder nicht so richtig der Fall. Deswegen bleibe ich in dem Teil, der noch eher lustig ist, nämlich vor dem Teaser und da ist es für mich einfach diese Abwasch-Briefing-Szene. Ich finde die lustig, ich finde die bringt uns in die Situation rein, oh da ist was, muss man aufpassen, auf der anderen Seite funktionieren da die Figuren einfach gut miteinander, oh wie machen wir das, oh wir können es aufteilen, oh cool, Multitasking, ah wir machen hier einen Ausflug und wir nehmen die Kinder mit, oh hier kann ich noch ein bisschen Käse bekommen, ja super, ich hab noch Erdbeeren für sie, das fand ich einfach schön, weil wir hier eigentlich noch die heile Welt haben, die Welt wird ein bisschen kaputt gemacht, ganz ordentlich sogar und zwar, wir werden nämlich zwei Figuren, die uns vorgestellt werden, verlieren, wir werden Hammer verlieren, das ist ganz traurig, auf der anderen Seite zeigen sie uns eine Nemesis, aber die hat mir wirklich gut gefallen. Arne, deine Top-Szene bitte. Ja, also meine Top-Szene ist auf jeden Fall die, wo Orianna sagt, ah ich hab ihn Buckley getauft, nein Quatsch, sondern natürlich genau die beiden Szenen auch, die ihr jetzt gewählt habt, also gerade das, was Uhura mit ihrer Zukunft nicht wusste, weiß sie nach dieser Episode und dafür war Hammer offensichtlich exakt genau die richtige Tutor-Figur für sie, schade, dass er jetzt weg ist, aber für sie scheint das einfach genau das Richtige gewesen zu sein, auf diese, auf diesen Menschen ist es nicht zu treffen und deswegen ist das eine ganz klasse Szene, genauso wie die andere, wobei ich finde da tatsächlich das Essen vorher noch cooler, weil das einfach zeigt, okay, Pike ist einfach ein völlig anderer Mensch als der andere Captain, den wir kennen, dieser PK, so auch wenn die tatsächlich ein paar ähnliche Wunschdamm im Namen haben, das stimmt. Und beide Käpt'n von einem Schiff, das Enterprise heißt, ne? Die heißen ja auch beide Käpt'n mit Vornamen, also das sind Käpt'n mit Vornamen. Käpt'n Enterprise, also sogar immer Nachname ist richtig. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Arne. Flop-Szene. Der Name ist anders, ne? Ja. Käpt'n Jean-Luc Enterprise. Frank, Flop-Szene bitte. Ach, ja, schwierig. Ich kann nicht mit vielem, was ich kritisiert habe, irgendwie trotzdem arrangieren, daher fällt das mir gar nicht so leicht. Ich würde mal tatsächlich dann doch Hämmer's Ableben nehmen, weil Farf für mich einfach zu unvermittelt, gut, das muss irgendwie auch unvermittelt sein, sich alles ein, bla bla, aber man könnte ja auch ausnahmsweise mal sagen, Figuren sind halt weg, weil sie aus persönlichen Gründen lieber auf einer, auf einem Planeten leben wollen, um Karotten zu züchten, die Großmutter zu, weiß ich nicht, mit der Großmutter zu leben oder weiß ich nicht, die Frau, die sowieso woanders ist und die Kinder gerade hatte und ist jetzt der Turn gewesen, wer die zu übernehmen und sich dann zu überlegen, man geht irgendwo zusammen hin und forscht auf einer Station neben einem schwarzen Loch oder whatever. Es muss immer der Tod sein, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht immer so ein Fan von und gerade Helmer, ich hätte gerne die Option gehabt, dass der trotzdem noch mal so wiederkommt und so mal Dinge sagt. Man hätte ja auch sagen können, ey, der ist jetzt echt richtig krank, der ist zwar nicht jetzt mit den Eiern infiziert, aber der hat eine Schleimmatitis und damit kann er einfach nicht mehr seinem Job nachgehen und das ist schlimm und deswegen ist das, was er sagt, trotzdem wertvoll und richtig, aber damit er überhaupt ins Leben zurückfindet, muss er jetzt auf einen extensiven Klinikaufenthalt oder ich weiß nicht, irgendwas in diese Richtung. Ja, nicht schön, dass er tot ist. Das kann man so stehen lassen, nicht schön. Ich werde es nicht wechseln, es ist exakt die gleiche und auch aus ganz, ganz vielen Gründen, die du gerade genannt hast. Da ist ganz viel, was ich doof finde, wie du es gesagt hast, Frank, aber ich kann mich damit arrangieren, teilweise passt es, auch wenn es mir nicht gefällt, passt es einfach in die Geschichte rein. Dieser Tod, natürlich hätte man jetzt sagen können, meine Güte, das habt ihr abgeguckt, wenn er überlebt hätte. Ja, aber es wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen. Man hätte dann irgendwann nach der siebten Staffel Strange in the World sagen können, so, jetzt geht Hammer weg, weil Scotty kommt. Weil Hammer auf die Universität geht. Es ist mir völlig Latte. Oder er geht zurück nach Andorra, es ist mir egal. Ich fand es nur schade, weil ich diese Figur erfrischend knatschig finde und dabei noch lustig und ich sage nur Abra Kadabra. Das kann ich jetzt nicht mehr sehen, das finde ich schade. muss man alles immer kaputt machen. Das heißt, töten in diesem Fall, das ist schon bei TNG gewesen. Also auch wenn, wenn, wenn Denise Crosby keinen Bock mehr hatte, nur ihre Beine zu zeigen. Ich kann es verstehen, dass sie das nicht wollte, aber ich habe auch aus heutiger Sicht sowieso nicht und auch damals nicht verstanden, warum muss man dann gleich Taschaia töten. Und wenn wir, es ist egal, ich finde es einfach ärgerlich, ich finde es doof und ich finde es blöd und ich, auch wenn es von Anfang an geplant war, meine Güte, was die bei Star Trek PK in Staffel 1 und 3 gemacht haben in der ersten Folge, da wussten sie noch nicht, was sie in der dritten Folge machen wollen. Da wurde auch spontan entschieden. Meine Güte, da wurde mal kurzfristig gewürfelt, was machen wir denn jetzt? Warum haben sie denn hier nicht gesagt, ach nee, komm, wir lassen den nicht, nee, 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 wir beamen den raus. Weißt du, Spock hätte noch schnell gesagt, oh, ich habe eine geile Idee. Hammer springt, sie beamen ihn raus, beamen gleichzeitig die Eier aus ihm raus, ist alles wieder schickilacki. Genau, irgend sowas. Super, es ist mir völlig egal. Es geht nur, weil er Andorianer ist und es in dem XY-Stadium war und es ist voll die Aktion und blablabla. Genau. Und wenn man dann hätte noch ein bisschen mehr Action haben wollen, dann hättest du halt noch drei mehr Rothemden mitgenommen. Die hätte man ja auch noch dann, naja, auch nicht schön, aber ja. Es ist so viel, was hier nicht so richtig konsistent ist und hätten sie uns da auch noch irgendeinen Bären aufbinden können. Das ist meine Flop-Szene. Arne, deine Flop-Szene bitte. Und um mal was anderes zu nennen, ich stimme euch da total zu in allem, man hätte da sonst was für Methoden finden können. Das hat bei Lara Keitan auch hervorragend funktioniert. Die gibt's noch, die ist halt nur nicht mehr auf der, auf der USA, nee, Moment, Egal. Meine Flop-Szene ist aber tatsächlich mal eine andere, nämlich die am Anfang, wo uns exakt drei Leute namentlich vorgestellt werden, weil zwei von denen sich verabschieden und einer befördert wird und dann sterben von denen natürlich alle, die wir bislang noch nicht gesehen haben im Laufe dieser Episode. Das finde ich einfach zu klischeehaft. So, mit dem ganzen restlichen Klischee-Kram kann ich irgendwie leben. Die ganzen Physikunebenheiten, ne, haben wir in der Besprechung alle gehabt, dass dieses Mikro-Fiech da den Lieutenant Duke wegziehen kann. Weiß ich nicht, ne, vielleicht hat's ja Saugnapffüße gehabt oder was und sind mega stark. Das haut für mich alles, ja, so, aber ich weiß nicht, ich find das halt blöde. Man hätte, nee, ich meine, das können andere Star Trek-Serien auch. Bei Lower Decks beispielsweise, da gibt's ganz, ganz viele Leute, die auf dem Schiff keine große Rolle spielen und irgendwann, man weiß dann, dass die so heißen oder dass die, was weiß ich, wer sind und dann irgendwann kommen sie vielleicht mal mit einer größeren Rolle daher. Hier werden einfach alle Leute, die man noch nicht kennt, sofort verhackstückt, im wahrsten Sinne des Wortes und das find ich halt schade. Warum nicht einfach mal ein paar relevante Nebenfiguren schaffen? Die können zum Beispiel auch dann auf einer Raumstation, die die Schwesterstation von Empok Noor ist, können die dann auch mal Chefingenieur werden, auch wenn die vorher nur Transport-Achief waren. So, das, ne, es gibt halt Möglichkeiten, wenn man die nicht alle sofort umbringt. Also, im Grunde schlägt es genau in die gleiche Kerbe wie das, was ihr auch gesagt habt. Ja, ist einfach blöde. Warum einfach, ne, ich meine, ja, ich sehe ein, es ist eine Horrorfolge und das ganze Blut kommt halt nicht von ungefähr, aber trotzdem, das muss doch nicht sein. Mhm. Bringt uns doch mal Leute näher, die dann in der Crew bleiben dürfen, obwohl sie kein Hauptcast sind. Finde ich total gut, dass du das sagst. Ich hatte in die Richtung ja schon mal gesagt, ne, die sind Redshirts, obwohl sie keine Redshirts sind. Das ist echt schade. Nach der Flop-Szene kommt das Fazit und ich bin gespannt auf das Fazit. Lieber Frank, dein Fazit zu All Those Who Wonder. Ja, ja, ich tue mir da ein bisschen schwer, ne. Also, ich sag mal so, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, habe ich mich schon in Ordnung unterhalten gefühlt. Aber jetzt, nach dem zweiten Mal gucken schon, habe ich gedacht, boah, echt, das ist, also ich hatte tatsächlich auch zum größten Teil vergessen, ich hatte sogar wieder vergessen, dass es die Folge ist, in der Hämmer geht. Mhm. Ja, so weit habe ich mich da betuppt und hatte trotzdem das Gefühl, boah, in jeder Ecke weißt du eigentlich, was jetzt als nächstes passieren wird, so und also schon beim ersten Mal gucken, klar, das konnte natürlich nach der letzten Folge auch nur einen Absturz geben oder nach den anderen Folgen, die ja jetzt auch schon echt sehr gut waren, kann ja auch nicht jede super gut sein, aber ja, also ich finde sie echt eher mittelmäßig so, also es ist auch nicht die schlechteste Star Trek Folge, die ich je gesehen habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob es die schlechteste Stranger Worlds bisher aber ist, wahrscheinlich ist es sogar, ne, aber ich sag mal so, also ist, wie gesagt, es hat mich okay unterhalten, wir haben ja auch Dinge erfahren, die wichtig sind, über Uhura, über Hammer, über die Beziehung von Chappell und Spork, über Laan mal ein bisschen mehr, ne, bin ich ja auch sowieso noch eager, mehr zu erfahren, so, wie gesagt, nicht genug und zu wenig Ideenreichtum für mich, was die Gorn angeht, aber trotzdem, wir kriegen mal so eine Nemesis eingeführt, alles auch sehr wichtig, ich kann auch doch damit leben, dass sie, sie haben halt einfach, die waren überenthusiastisch, wir haben gesagt, ey, wir kriegen das auf jeden Fall hin, deswegen haben sie sich getrennt, deswegen haben sie auch nicht ihre, auf jeden Fall, eingefaltete Kommunikationspipeline, die sie sonst auslegen hätten können, benutzt, ja, keine Ahnung, sie waren sich halt bei sehr sicher, dass ihr Equipment schon alles anzeigen würde, wenn es Gefahren gibt, deswegen ist der Buckley halt leider, zum falschen Zeitpunkt da zum Schlupfobjekt geworden, was weiß ich, ja, aber, ja, insgesamt die Vorhersehbarkeit, also, dass es zum Beispiel nicht noch einen weiteren Gegner gab, den man vielleicht hätte besiegen müssen, oder, dass man vielleicht nicht so einseitig nur jetzt auf die Red Shirts geht, ich bin ja auch der Meinung, man kann auch Spannung aufbauen, ohne Leute umzulegen, es kann ja vielleicht auch einfach nur eine schwere Verletzung sein, oder, keine Ahnung, man schlicht die irgendwie in die Verlucht, oder, keine Ahnung, also, ja, es war im Grunde genommen einfach ein billiger, also ein mittlerer bis billiger Horrorplot, sehr viele Anleihen an Dingen, die es schon gibt, und dann aber auch leider nicht so ausgeführt, dass er wirklich richtig gut ist, also, man hätte meines Erachtens mit relativ leichten Tweaks das zumindest in einen besseren Plot noch verwandeln können, daher ist es so, gerade, man muss es ja auch im Vergleich zu den anderen Stranger Worlds Folgen sehen, für mich halt eher eine mittelmäßige Folge, so, also, einmal okay zur Unterhaltung, jetzt nochmal geguckt für die Besprechung, in der Besprechung dann doch sehr viele Dinge aufgefallen, ich will jetzt, wie gesagt, die Sachen, die den Storyarc der Serie insgesamt voranbringen, nicht missen, aber es ist wahrscheinlich nicht eine Folge, die ich jetzt nochmal privat gucken würde, wenn ich einen weiteren Stranger Worlds Run mal mache, bin ich nicht sicher, ob ich die vielleicht sogar skippe, so, also, naja, seien wir ehrlich, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber wenn ich nicht so ein, so ein totaler Star Trek Nerd wäre, wäre das wahrscheinlich eine Folge, die ich skippen würde, ja, ich habe sogar Ronin die Folge geguckt, als ich nochmal einen TNG Run hatte, also, ne, also ich gucke die dann schon completionist mäßig durch, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so nicht drauf wäre, wäre das eine Folge, wo ich sagen würde, nee, okay, skipp, so, ja. Ich wollte es doch gerade sagen, wir sind doch so bekloppt, wir werden doch allesamt, wenn wir eine, ein Reroad-Quatch machen, wenn wir dann in so einem alten Heim alle zusammen wohnen, ne, dann machen wir auf jeden Fall auch, wir gucken auch Maxia und Ronin nochmal, genau, genau, ja, es geht bei mir im Fazit fast in die gleiche Richtung, ich bin total zerrüttelt, was diese Folge angeht, also ich finde es einfach doof, dass Hammer tot ist, das habe ich gerade schon in meiner Flop-Szene gesagt, ich finde es doof, weil ich, ich mag manchmal Horror-Splatter-Filme, dafür muss ich aber bereit sein und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich mag das in Star, hier in diesem Setting nicht, ich mag das in Star Trek nicht, ich will, will das nicht so richtig, das fand ich irgendwie, passt für mich, also rein persönlich, es gibt Leute, die mögen das bestimmt total, ich weiß nicht, finde ich doof. Ich mag aber irgendwie das, ganz offensichtlich, die Strange New World Enterprise Crew jetzt eine Nemesis bekommt, ich finde das immer gut, wenn Hauptcharaktere so viele verschiedene Sachen machen, so wie Captain Enterprise Jean-Luc oder Captain Defined Sisko, der dann halt hier das Dominion hat und solche Sachen, finde ich toll und hier sagen sie jetzt, hier pass mal auf, Gorn gefährlich doof, okay, finde ich cool. Ich mag das auch, dass wir hier noch immer so ein bisschen nebenbei mit dieser ganzen Geschichte, die auch über die Staffel so durch ist, hier Spock und seine menschliche und vulkanische Seiten und was ist er denn jetzt und was macht er denn, der ist ja total durch, der Junge und das hat mir auch gut gefallen, dass der mal ein bisschen was rauslasst und alter Falter, mit dem sollst du nicht streiten, das kann nicht gut sein, hat mir auch gut gefallen. Ich fand, dass da ganz viele Einstellungen waren, die extrem gut gedreht sind, von der Kameraführung, vom Pacing her, dass die Figuren einfach sprechen konnten, das hat mir echt gut gefallen. Also das ist, ja, ich weiß es gar nicht so sehr, was ich dazu sagen soll, ich bin zerrüttelt. Und ich mag die Folge, obwohl ich ganz viel daran nicht mag. Das ist, glaube ich, das, was Frank sagte, die ist irgendwo so ein Mittelmaß und die weiß selber nicht so ganz, wo sie hin will, gerade durch diese vielen Sachen, die wir auch besprochen haben. Sie ist nicht schlecht, aber so richtig geil ist sie auch nicht. Und das ist mein Fazit. Arne, dein Fazit bitte. Jo, das ist bislang, finde ich, die schlechteste Folge, die wir hier in dieser Staffel haben. Aber das Niveau ist einfach auch sehr hoch. Ich mochte diese Episode, weil ich ab und zu einfach so Horrorkram gucken mag und dann aber, offensichtlich habe ich es ja auch schon gesagt, auch total wieder vergesse. Also in dieser Episode ist sehr wenig drin, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und tatsächlich war ich überrascht, dass dieses hier die Episode ist, nicht nur wo es Nurse Chapel und Spock irgendwie mehr oder minder intime Momente hatten, sondern auch die Episode, wo es irgendwie um Uhura ging. Das hatte ich nämlich auch völlig vergessen, weil sie ja in dieser Episode quasi lernt, okay, ich bin doch irgendwie richtig hier in der Sternenflotte. Und das ist ja ein mega wichtiger Plotpunkt für ihr Leben und quasi Star Trek insgesamt. Ja, hatte ich einfach vergessen. Dass Hämmer stirbt, ja gut, das habe ich irgendwie noch im Kopf gehabt, dass das in dieser Episode passiert ist. Ja, weiß ich nicht. Und was aus den Gorn wird, ob die, keine Ahnung, jetzt hier ein riesen Gegner werden oder ob die wie die Ferengi nach kurzer Zeit wegen ihrer albernen Peitsche wieder eingepackt werden und dann irgendwie später doch die, die Bock kommen, wie in allen anderen Star Trek Serien. das weiß man nicht. Also, ne, das, ähm, es gibt ja, es gibt ja noch viele, viele Möglichkeiten, das hier irgendwie umzuwenden und die Gorn jetzt nicht zu dem, zu dem relevanten Hauptgegner zu machen, den ich mir allerdings auch für diese Serie wünsche, weil das einfach immer spannend ist, wenn es heißt, ah, die sind schon wieder und die sind doch so gefährlich, weil, um die gefährlich darzustellen, natürlich braucht es auch ein bisschen Gruseligkeit. Deswegen ist da so eine Horrorfolge durchaus korrekt für. Aber man muss nicht immer alle Leute umbringen. Man kann auch einfach, ne, ich meine, wir haben gesehen, die Captain, die gesamte Crew quasi von dem anderen Schiff ist gestorben. Das hätte man uns auch nahe bringen können in Rückblicken aus den, aus deren Szenen quasi, ne, also hier ein kurzer Videoschnipsel, ah, es ist ganz furchtbar und plötzlich rauschen und dann verschwindet der Captain so und ah, ich bin erster Offizier oder ich bin, was weiß ich, die medizinische Doktorin hier und ah, es ist ganz furchtbar, rauschen und dann stirbt auch die. Das hätte man schaffen können, ohne dass uns die Leute vorher irgendwie auf der Enterprise gezeigt werden und die dann jetzt weg sind. Also, deswegen, ich bin da immer sehr hin und her gerissen, bin mir aber auch sehr sicher, dass ich diese Episode hier nach kurzer Zeit wieder vergessen werde, weil, es ist halt so ein Horrorplot, ne, also, da ist nicht viel Spannendes, Neues drin. Es gibt genau den gleichen Kram wie bei Alien. es gibt, ne, ja, so. Deswegen sage ich ja, es ist die schwächste Folge bislang, stehe ich zu. Völlig in Ordnung, das darf es auch sein. Ich muss noch mal ganz kurz was bei mir rein, also, noch dazu sagen. Mittelmäßig wäre zu gut, weil sonst kriege ich wieder nachgesagt, dass ich zu gut bin und zu viele positive Dinge sage und ich denke da an dich, Boris, du willst Recht haben, nein, das ist nicht in der Mitte, also, es ist tendenziell doch eher zur schlechteren Seite. Ich denke ganz häufig an dich, Boris, vielen lieben Dank und schöne Grüße. Und der Ordnungkeit halber, ich sage mal, was meine schlechteste Folge ist und auch bleibt, das ist, wo kein Leid hinreicht, lift us where suffering cannot reach, das war die sechste Folge, wo Kinder assimiliert werden. Oh, die habe ich auch vergessen, ja, die ist schlechter. Ja, da kommt keine Folge dran. Ja, einfach nur, jedem das, jedem das, was er so findet und was die schlechteste Folge ist, bleibe ich bei. So, ihr Lieben, liebe HörerInnen. Ich vergesse ja tatsächlich auch immer Dinge, die ich nicht so gut finde, deswegen habe ich Star Trek Strange New Worlds als fantastische Serie im Kopf, weil ich einfach die schlechten Episoden dann einfach auch verdränge. Deswegen ist es ganz häufig so, dass Eltern von ihren Kindern sagen, mein Kind ist das Beste und Tollste und Schönste und überhaupt, weil sie die schlimmen Sachen einfach vergessen. Liebe HörerInnen, erzählt uns doch mal, was eure Kinder machen. Nein, erzählt uns doch gerne, was ihr zu dieser Folge haltet, von dieser Folge haltet. Ist es die schlechteste für euch? Ist es ein Mittelmaß oder findet ihr einfach Horrorstreifen total cool und das ist hier für euch die beste Folge? Ich bin da total interessiert, macht das gerne. Wir sind auf ganz vielen sozialen Netzwerken vertreten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass soziale Netzwerke gerade am Sterben sind. Deswegen kommt sehr gerne auf unseren Discord-Server. Da ist immer was los, da ist spannend. Der ist natürlich verlinkt. Ausblick, ihr Lieben, wir gehen ins Finale sozusagen. Die zehnte Folge der ersten Staffel Strange New Worlds. Die Kunst der Gnade, The Quality of Mercy, werden wir uns vornehmen beim nächsten Mal. Das ist der Staffelfinale der ersten Staffel. Ich bin bekannt, ich habe ganz viel vergessen, ich habe nur ein Bild im Kopf und das werde ich jetzt nicht spoilern. Dann wissen nämlich die beiden wieder, worum es geht, weil die haben ja ganz häufig viele Sachen vergessen. Ihr Lieben, wir haben Spaß gehabt, glaube ich, so ein bisschen. Ich hatte Spaß, mit Arne und Frank zu sprechen. Es macht mir immer Spaß und es ist spät, ich muss morgen arbeiten, aber eine Sache wollte ich nochmal loswerden. Denn, wenn euch das so ein bisschen was wert ist, was wir hier machen, könnt ihr uns unterstützen. Kommt gerne auf compendion.net. Lest mal bei Unterstützen, da könnt ihr gerne was machen. Da muss ich tatsächlich noch direkt was einhaken. Meine Auf Phonics Stunden gehen zur Neige. Auf Phonics ist der Dienst, der uns hier so gut klingen lässt, wie wir es tun. Also wir nehmen natürlich mit brauchbaren Mikrofonen auf und reden auch nicht gerade, wenn wir heißer sind. So versuchen wir jedenfalls. Und Auf Phonics nimmt aber die Audiodaten hinterher und geht da noch einmal rüber. Und das kostet halt pro Stunde. Also pro produzierte Podcaststunde kostet das. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas bei zwei Euro. Und das bezahle ich natürlich, aber es wäre voll schön, wenn ich das nicht müsste, sondern wenn ihr liebe Zuhörende da einfach mal in unsere Shownotes geht und da auf den Auf Phonics Credits spenden Knopf drückt und da einfach was einwerft. Das wäre großartig. Das wäre total lieb. Genau. Vielen lieben Dank, wenn ihr uns spenden wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank, Arne und Frank, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Ich bedanke mich bei allen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye-bye. Ciao. Get your feet running. Head for the Turbolift. Looking for a safe space. And get out of the way. Yeah darling, go make it happen. Take the world into fiery place. Fire all of the guns upon them. Let them explode into space. Like a true Star Trek child. We were gone. Gone to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Gone to be wild. Es tut mir leid, das war so bescheuert. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net Untertitelung. BR 2018